Klayer. Chill kurz. Chill kurz. Okay, dann mach ich mir schnell was zu essen. Bäm, bäm. Kann euch ja der Nico schon mal erzählen, was wir heute alles machen. Ah, witzig. Weiß ich doch nicht, was wir heute alles machen, Alter. Wir machen heute so vieles. Versuchen wir uns auf jeden Fall als große Mähwerke hinzuklatschen, damit wir uns wieder den Träger sparen können. Gucken, wie das alles mit der Zeit Auffassung ist. Ob wir da noch mehr Maschinen brauchen. Dann werden wir auch die Kuhwirtschaft hochtreiben. Der Schwäge Patrick wird sich heute darum kümmern, dass wir das mit den Kühen alles hinkriegen. Da alles organisieren. Hier werden wir uns dann wieder um die Felder kümmern für seinen Futter und alles. Dann werden wir auch für Silageband noch ein bisschen was organisieren. Dann werden wir sehen, wie lange wir machen und wie weit wir kommen. Dann werden wir jetzt erstmal die Hauptpläne. Nichts auszureden und sagen. Ja, mehr habe ich jetzt erstmal gerade nicht im Kopf. Ah, genau. Eine große Saatmaschine wäre nicht schlecht, auf jeden Fall. Eine große Saatmaschine, sag ich schon. Eine große Erntemaschine, genau. Eine etwas größere. Wir haben drei große Felder und eine etwas größere Kutschmutter werden nicht mehr hinterher. Also wäre das auch nicht verkehrt. Dann wäre es gar nicht mehr so verkehrt, dass wir noch ein zusätzliches Silo hinkriegen. Weil selbst diese 10.000 Liter, die wir haben, die reichen nicht mehr aus. 100.000 Liter, sorry. Und 1.000 Liter Fassungsvermögen pro Rohstoff halten einfach nicht mehr, passen nicht mehr. Und dann, ja, größere Transportfahrzeuge brauchen wir auf jeden Fall, um mehr Mengen zu transportieren. Ich brauche einfach so vieles, das ist einfach wunderbar. Ich brauche einfach übelst viel. Ich werde jetzt mal Spieler stellen. Genau, den Namen. Demo reinnehmen. Was? Nein. Auswählen, 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 auswählen. Ist das alle? Ich glaube jetzt nicht alle. Oh, easy. So, weiter. Spielernamen, genau dieser. Maximal nur zwei Spieler, aber vier. Auto akzeptieren aus. Auto akzeptieren aus. Auto akzeptieren aus. Auto akzeptieren aus. So, Start. Dann gehen wir mal wieder auf unsere schöne, äh, paar mal ein Hüftchen eben wenig. Nicht wundern, ich bin ein bisschen verschlupft, ne? Da ist mir noch eine Schluck, äh, Klubmar D. Ach, von allen Krankheiten in allen, wirklich, ist, irgendwie, Schlupfen nicht schließen. Das ist so neffig. Das geht gar nicht. Manche Kippa kennen weitere Kippa gehangen werden. Ah ja. So, genau. Perfekt. Wir fangen an. Das war 2349. Das wird gleich alles abgezogen hier. Das passt. So, du kannst ja direkt loslegen hier. So, kann ich bei denen hierbei treten, du Horst. Kannst du, eigentlich. Du besitzt nicht alle benötigten DLCs. Okay. Funny. Ich hab mehrere Mods drin und deswegen ja. Geil mal nachgucken. Ich hab mehrere Mods drin, wahrscheinlich deswegen. Das muss ich mir die jetzt auch noch runterladen, oder was? Nein, nein, oder? Boah, Digga. Irgendwas stimmt mit deinem Hetzel zu ehrlich, Alter. Weg. Komm mal nach. So, ich hab jetzt erstmal nur den Blick drin. Ich hab zum Beispiel noch ein zusätzliches Silo. Also so zusätzliches Silo Base hab ich mir noch genommen. Hm. Dann noch ein paar hier platzierbare Objekte zum Thema Licht. Hm. Und ein paar Saatmaschinen, ein paar Traktoren. Ein paar Dieb, ein paar Darts, ein paar Jungs. Ich hab nicht so viel. Aber ich hab jetzt erstmal rausgemacht. Ja, und Start. So, ja, ich hab jetzt im Groben ganz erst mal erzählt, was mein Ziel ist. Bloß das ist so viel, äh, das ist ein Problem. Ja, müssen wir durch. Ja, Digga, das sind deine Kühe, die wir machen müssen. Mhm. Dann muss ich das alles händeln mit dem, äh, mit dem Dings hier, mit deinem Futter und alles. Und mit dem, mit dem Ackerbau. Weil du machst dann deine Tiere. Dann brauche ich noch eine größere Saatmaschine, äh, eine größere Erdemaschine. Mhm. Auf jeden Fall für die zwei, drei großen Felder. Es wird schon heftig. Es ist ja, brauche ich noch ein anderes, äh, anderes, äh, Schneidwerk. Für den Eis brauche ich auch noch. Äh, guck auf jeden Fall eigentlich auf uns zu. Oh ja. So, ich bin jetzt drin, jetzt könntest du rein theoretisch. Ja. Bin schon voll dabei. Sehr schön. Aufgrund da. Man hört, das hat sich nicht gerne wie gestern, ich bin aber noch krank. Mhm. Das ist so nervig. So, die Kreditzenden haben wir auf jeden Fall schon mal auf 200 runter erdreht. So, so 224 oder 200. Ja, 64.000 haben wir. Die Traktoren stehen alle im Dings drin, wo du den abgestellt hattest. Hm. So, dann werde ich gleich mal die alte Maschine hier wieder ran eiern lassen. Kann ich gleich mal am nächsten Feld machen. So, dann werde ich mal den Traktoren hier mal rausziehen. Zack. Und dann heißt das gleich mal das nächste Feld wird, wie Samen. Ja, verdreht. Ja, zwei, drei. Ja, drei. Und dann machen das mal. Die Überraschung hat. Hat ja das nicht im Dings da. Und jetzt ist ja nichts, dafür wärה und wundern. Hast du jetzt hier noch volle Hänger rumstehen? Nein, die habe ich alle gestern ausgelenkt. Okay. Ich glaube keiner volle Hänger mehr besteht, ich habe alles so gemacht, dass ich perfekt anfahren kann. Gut. Die sind alle leer, die Sachmaschinen angestellt, ach die Prenzmaschinen gestellt, voruntergestellt. Jetzt kommt die linke Seite, aber das Feld macht nur noch die Ballmaschine. Ja, ich muss erst mal tanken. Ja, ich muss erst mal tanken. Ich werde jetzt den hier schon mal rüber schmeißen. Ich weiß echt nicht, worum das liegt, ob das jetzt wirklich das Headset ist oder ob das irgendwie ein Empfang ist. Ich weiß echt nicht, worum das liegt, ob das jetzt wirklich das Headset ist oder ob das schlafen kann. Manchmal wird das jetzt wirklich. Also, da steht jetzt ich eben in Auree Zoll. Der steht hier wohl. Der steht hier auch im Auree Zoll. Der der dritte Feld ist auch schon fertig. Ich brauche auf jeden Fall eine zweite. Der hat, wie ich gesagt, was Du sagen kannst du jetzt, äh. Zweite Dingsmaschine. Ich sehe gerade, hier hinten kann man auch noch das, wie Arschel machen am dritten Feld. weil da kann man denn zur not dadurch dass es auch da und hier drüben sind nämlich auch noch etwas größeres feld mit anstellen kann ich wählen nur eine zweite base bau du meinst hier hinten bei den 28er feld oder ja obwohl gerade hier ist ja auch so ein ding stehe ich kann mir als video base bauen und da kannst du die lage machen mit dem feld der kann man auch zu welchen hochwerten anbauen oder so weit ich weiß nicht was du alles die lage macht gras und mais silage dann kann man auch noch mal besser zu not an die kummer und nicht jetzt für ein auto nicht so unser imaginärer werkstattleider hat unsere fahrzeuge und traktoren gewartet so wie es sein muss dafür wird er bezahlt nicht so nicht nur direkt an die arbeit voller kontakt beträgt voller kontakt wer ja wer wohl ach so ja noch färter ja 80 prozent hat er bis jetzt kallus standen hier nicht zwei hänger wo zweige da steht einer jetzt naja dann links oder nach rechts ja 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 s ja 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 Ah! Guck! Oh! Ich bin ja auch ein Depp. Ein Johnny Depp. Ah, wirklich. Ich fahr ja mit der Linie jetzt schon zum dritten Mal, Alter, und mir fällt jetzt gerade auf, dass ich schon lange voll bin. Zwei Linien. Verfressen aber. Schöne Teppich. Schöne Feier ist, Leute, allein zu ziehen hier. Aber dünner ist das jetzt nicht, oder was? Was? Ne, geradezu die Texte hatte. Inwiefern? Gerade eben, wo du abgehauen bist. Ne, ne. Was? Ne. Du weig' mir gerade was zu essen machen. Ich wollt' nur sagen, du kannst, wenn du willst auch entwickeln, Alter Fabian. Ah, geht's schon. Hast du ne... Mhm. Stimmt. Da war ja ne was. Ja, da war ja ne was. Da war nur ein zweites Feld. Das wollten wir jetzt noch fertig machen, bevor wir dann mit Weizen und Samen und so wie sprießen. Was ist denn? Ach da... Da vorne... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal. Ah, wassup? Wo seh die wilde Fahrt? Jaja Und jetzt heißt es wie er zwölf schon Fabi Simulator spielt? Ja, auf jeden Fall zweite Erdmaschine definitiv, Saatmaschine brauche ich denke ich mal nicht so zum zweiten Mal gucken. Vielleicht dann noch etwas kleinere für die hier. Gucken. Aber auf jeden Fall, naja mal gucken. Du brauchst auf jeden Fall deine Kuhkacke. Mal gucken wie gesagt, vielleicht kommt dann auch ein Kollege mit rein. Vielleicht auch noch ein Sveta, je nachdem auch was ich da drunter bin. Wenn er sich beeilt. Wenn er sich beeilt. Wenn er sich beeilt, ja. Dann ist er da drauf. Guck. Das ist jetzt doch mal frei. Ja, ich bin frei. Ich hab keine Ahnung, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ja, sehr schön. So wie ich das sehe. Schön auf die da waren drei Dinge ausgekackt. So muss das sein. Ja, das hat nur 51%. Das muss ich genau so vorerst zu finden. Dann sieht es ja echt immer so scheiße aus. Ich fand ich da hinten irgendwo noch eine Bahn vergessen, das weiß ich. Echt? Ja, ja. Da ist er doch. Ich komm nicht ganz voll hin. Nur 16.15. Hm. Ich fahr mal noch ein bisschen mehr hier. Das finde ich gar nicht. Oh Gott. Ach so, hier hinten ist übrigens noch ein Heuwein, ja? Ja, ja. Ja, ja, ja. Der ist hier weggewollt das letzte Mal. So, jetzt gehen wir jetzt schon die Träger lernen. Alle Dings lernen. Mach mal. Ja. Der ist ja schon hier. Cool. Du musst den Gewey stellen, den Gewey. Da. Ja. Wollen wir. auf. Ja. Dein Felix. Wir haben jetzt noch ein bisschen was geschaut. Auf. 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 Ja. Auf. 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 aber ich glaube ich gestern noch nicht gemacht habe ist die ganzen fuhren weggebracht das ganze zeug vom ersten feld also würde mich jetzt nicht wundern wenn er mir gleich sagt sie brauchen auf jeden fall definitiv noch im silo hat damit auch noch 100.000 wird sehr teuer ja aber wird sich auch lohnen wir können natürlich auch zwischenhänger holen wir können ja auch gucken wenn das ding voll ist wenn wir gucken wie vier liter die ansamen noch haben gucken wir doch irgendwo länger als zwischenspeicher haben können also da wägt dann lieber doch für ziel und dann können wir wenigstens auch aus noch ein kleines oder großes silo gebraucht ich denke mal ein großes na guck mal du hast jetzt du hast jetzt drei felder nur mit 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 raps zwei passen locker rein zwei passen locker rein wenn du denn noch mal welche dazu kaufst ja die werden auf einem separaten silo gemacht dafür habe ich mir diesen mod gekauft dass ich einfach mal genau das was bei uns steht wo es neu modern noch mal platzieren kann woanders die selbst ihren auf jeden fall auch noch runterladen da haben wir mehrere silo's ich weiß zwar nicht ob die übergreifen aufeinander sind aber wird man sehen ich muss erstmal kurz mit handy mal den herzig schreiben ich treffe uns gleich alle noch mal und fahren mit ihm das schweige ich weiß nicht ob du mit farming die mord oder ob du die elchen gekriegt hast ob du holen kannst ja nein vielleicht bitte ankreuzen bitte kreuzn sie an nö also siehst du dann müsste der opelt fettig hier gleich finden dann bringe ich den hier schonmal weg fhdx bums blackkicks hat die erfolgreich beendet dann müsste der saadmaschine sein ja also ich denk mal ich guck gerade mal das dürfte alles klappen also mit boden kriegen wir auf jeden fall drei felder hinweg ich meine trafst du nicht da müssen wir inzwischen machen da schafft er nur zwei felder was auch ein bisschen komisch ist aber gut passiert ich 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 Jo, alles klar, dann machen wir ganz entspannt, sag einfach Bescheid denn, damit man Bescheid wissen. Bis ich gut noch nie. Bis ich gut noch nie. Maaaan. Hm. Ja. 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 So. Auf geht's. Ja. 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 Das ist ein Blöck, das ist ein Blöck. 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 So Prrrrrrrrrrrrrrrr Rrrrrrrrrrrr So, der ist schon ja voll Okay. Ah, jetzt hab ich auch der Lager zu verladen. Badaaa Soll ich auch weiter schüttet? Na, ich werd dann jetzt wahrscheinlich nochmal Gucken Hä? Dass ich jetzt so langsam anfange mit den Tieren Will ich es aber noch nicht so wirklich wie Wiegt wird alles anstelle? Du musst auf jeden Fall die ganze Pisse hier hinten Wenn du deine Tiere machst Wir müssen ja erstmal gucken, dass wir die Rohstoffe zusammen kriegen Dann kannst du alles Voll richtig Das ist Das überlegen Dann mach mal das jetzt leicht Dann hol ich die hier hinten Weil auf jeden Fall brauche ich denn Ich leg jetzt an der Feld jetzt mal Weizen an Strohbruch Stroh Stroh Also Weizen 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 Sehr sweet Weizen Da ist? Weizen Sof Dann leg ich hier zum schnell Weizen Was ist denn da drin? Fick denn Der Spanner kann schon ein bisschen größer sein So So Weißt du mal das komische was aussieht wie so Maiskolmer? Nee, das ist Mais Das komische geriffelt der Zeug mein ich Geriffelt? Ja, okay Das ist es Nein, dieses komische was aussieht wie so ein geflochtener Zopf Achso, ja 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 Damit mit dem Feld dürfen wir eigentlich ganz schnell durch sein Ich guck noch mal kurz ob ich auch Dings noch auf einmal habe Ja Willst du eins Weizen, eins Gerste oder beides Weizen Aber mir reicht eins Weizen Wenn du das gut düngst, hieb das ordentlich Stroh Na wir brauchen ja nur einmal Dünger Deswegen Also das andere kannst du denn ähm Was haben wir eigentlich noch? Ja Ja, wir haben noch mal Ja Die erste Ölrettich 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 klingt ja Die erste Wird's mit Ölrettich Ehh Ehh Wieso ist ich wie der Kurs gerade bei Ölrettich Haben die überhaupt einen Kurs für Ölrettich das sieht ja auch nicht so aus ich weiß nicht was Öretich sein soll, wie viel Frucht welches das ist Öretich verkaufen die hier ja nicht was ist denn das für ein Witz? Ach Öretich? Öretich Öretich ist eine spezielle Pflanze die sich in einer Schraubung oder Cobaltwirt, das soll die Pflanze aus der Erde sprechen Cobaltwirt in das Feld einarbeiten Öretich ist der sogenannte Gründung Gründünger und kann den darauffolgenden blablabla zu 30% steigern Ey Peer? No Peer? What's get up? Und jetzt der tipptopp oder was? Nö, funktioniert schon noch Funktioniert schon, sagt er Besser als ein altes Ähm Nö Nö Was? Das wollte er auch mal Jetzt müssen wir ein Vorteil, das muss ich halt nicht offener den Scheiß Hast du dein viel Vorteil daran? Weil hier grad nur schlecht stressig ist, dass man sich selber noch so cool hört Ja, das hast du, das müssen wir das Ja, das ist doch echt nicht Aber irgendwann fällt dir das nicht los Ja, überhörst du Ja, du konnt überhörst Das höre ich mittlerweile bei meinen neuen Aufschliegen Haben die mich heute erst mal für zwei Stunden hin, die schöne stromgeklemmte Idioten hier? Wie ist das denn? Na, die haben die falschen Adapter gezogen Wo sind die alle los? Erstmal bei meinen Nachbarn gefragt Ich sag mal, hast du einen Struf? Ja Ich hab dann da angerufen Ich da, Leute, warum haben die mir die stromgeklemmt? Naja, wenn sie nicht mit seiner Vollpost sind, geht man in die Richtung, kriegt die drin, sag Da habt ihr erst wieder abgebucht Oh, wir haben die an dem Heikchen geklemmt Ich da seh zu, dass der strom hier ankommt, sag Das ist ein kleines Telefon, zwei Stunden alter, pro Stunde tausender Naja, zumindest brauche ich jetzt den Tag nicht bezahlen Egal, ey, die zwei Stunden bringen mir auch so viel, sag ich auf die Rechnung Das ist ja vielleicht fünf Stunden Wenn's hochkommt Ähm, Patrick Korzert Da macht man seine 100er PSN-Karte, dann bin ich zufrieden bei Ich komme Ups Ah ne, warte, alt Typ, brauchst du nicht Obst du da kaufst, ich nicht für nichts brauche, der ist nicht der Penner Was? Obst du da kaufst, ich nicht für nichts brauche Penner, hallo Und warum macht das? Weil er kann Naja, aber hat die Geld jetzt dazu halt Na, siehst du So, dann gleich mal da hinten geeiert stehen. So, mach jetzt mal Kaffee. Mach mal Cachen. Aber sag mal, was hast denn du mit deinem LED-Licht gemacht, Alter? Was soll damit sein? Wenn ich die Farbe wechseln würde, muss ich den Koppeln und der bewegt. Vorher bewegt sich der Koppel. Ja, das ist das. Wie ist ja mal richtig schuldig, richtig dreckig. Ja, das riecht behindert. Was ihr heißt, damit auch sein lassen. Aber ich bin ja schon mal zufrieden, dass ich wieder Strom habe. Das glaube ich. Ja, ich tippt top 1. Alter, aber ich krieg die applaudiert, wa? Applaus, Applaus für deine Sorge. Na, meinten sie ja, die hätten wir auf Mahnung geschickt, wa? Da. Wie soll denn die Mahnung bei mir ankommen, wenn ich ja nicht in den Kopf hole? Und ich schlicht. Wie der ist schon scheiße, war, wenn man schon vom Computer den ganzen Tag sitzt, dann noch zu den Namen auseinanderzuhalten? Die völlig unterschiedlich sind so alt. Da war schon einfach nur den Zeiler vor Ort, schon was unten oder oben drüber. Und das kann man sich sehr erforschen. Naja, aber man kann trotzdem beim Nachnamen Z und A auseinanderhalten, oder? Eigentlich schon, ja. Die wollten nur mit dem Fidschi-Pack-Dier-Strom abziehen. Egal, Leute, die wohnen aber im roten OG und nicht im Erdgeschoss. Das ist jetzt schlecht. Schon da hätte der Fehler auffallen müssen. Äh, das ist echt schlecht. Naja, nun pro Riga zwei Stunden Spitzlein. Wow. Ja, mein. Also, wenn ich mal Bock hab, Zwischtoe nicht zu bezahlen, hab ich ja frei. Pff. Hahaha. Das ist so löcherlich, ey. Alter, das ist wirklich lächerlich, ey. ... ... Oh, was liebst du, Leute? Nicht. Nicht. Jetzt habe ich das nächste Problem durch die Scheiß-Assi an, weil die ja nicht die Zeit haben. Ja. Ich will hinter mir jetzt die Dings klemmen. Okay. Vor allen Dingen, ich will sie bei Telekolumbus und Piol schreiben. Wer schreibt hier? Piol oder Piol oder wie die heißen. Ja, das ist Telekolumbus, die haben sich umgenannt. Ach so. Ja, das ist Telekolumbus. Die haben sie doch im Volksstadtcenter drinne, wa? Glaube ja. Bei mir ist nicht ganz sicher. Da muss ich da morgen mal hingehen. Da muss ich mal sagen, dass sie am Leben scheißliche Zeit hat. Ja. Telekolumbus ist das jetzt und ich lass dich von das. Sind immer noch die selben. Die haben mich so geändert, den Namen. Die haben mich so geändert. Die haben mich so geändert. Ich bin da morgen mal hin. Machen sie diese. Ich habe die Dopp. Ja, wir sind auch schon zwölf Stunden hier bei uns auf dieser Land wird verbracht. Ich freue euch schon. Oder? Zwölf verfügt die Stunden, alter. Nein, wie sollte der gesagt wird? Na ja, ich danke das hier, aber mach die Spieler wahrscheinlich Drum. Ich lade weiter. Ichöffel da vorher ganz viele Elemente, aber ich lade dich, du bist mir gerne für mich? Er misst dran ich dann rausgegangen, wie ich ihn mitgekriegt habe, dass der Fernseher angegangen ist, was? Ich bin runtergegangen und habe ihm gesagt, ja, hättest du gleich richtig gemacht, hättest du jetzt hier nicht noch mehr herkommen müssen. Schönes Ding. Ja, du kennst mich, ich bin ein Arschloch, Bruno. Ja, das witzig, das kenne ich nicht anders von dir. So, dann wird man auch noch mit dem Internet klären. Richtig Lust hast du, ja? Sollen sie mir einen Ratenplan aufstellen, dass ich den dann zahlen kann und dann bin ich nicht, ich kenne nicht. Und werden dann noch zum Fußball und dann dreht sie auf dem Meer mich, Alter. Naja, ich bin da, macht doch Security da, also Ordner. Ja, ich geh so, oder sonst? Ich stehe dann wieder auf, kann immer gratis Fußball kicken, weil ich stehe immer direkt auf dem Platz. Ja, die habe ich gefragt, was ich vorher gemacht habe. Ich habe halt im Asylheum gearbeitet und fest die Welt. Ja. Äh. Jetzt musst du dann 10 Minuten Einlass machen und danach sagt er, ey, du hast da so viel und so viel erfahren und komm mal mit auf dem Platz. Ich sag, okay, das war ja eine schnelle Überforderung. Das ist auch schön. Kann man sich nicht beschwerden. Ne, definitiv nicht. Aber geil! Und geil! Was, wer ist fertig? Er ist fertig, sehr schön. Und ab zum dritten Feld. So, was machst du denn? Fahre mal, Vollpfosten. So. Und weiter, ey, das dritte letzte Feld. Ja, das erste Schwierbe da weiter fast. Was hast du hier jetzt? Was habe ich? Weil der erst rauskommt. Warte mal, jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, was hast du denn hier jetzt an mir wohl? Wo? Rechts oder links? Das hier. Links? Die 19. Äh, Weizen. Ach, hier, du hast die Grünfläche weggenommen, ne? Ja. Ah, alles klar. Jetzt war ich gerade ein bisschen irritiert. Hä? Das sind keine Weizen, wie du brauchst. Und da drüben sind auch Grünflächen, falls man die dann für was anderes braucht. Dann haben wir eine kleinere, weißt du, dann kann man da noch nicht bei, müssen wir machen. Pröber los zu klaudern. Ne, da. Detail geht sowas. Und ansonsten habe ich jetzt erstmal nur an den Feldern wird das gerade überall im Boden angepflanzt. Chico! Jo, Juu! Juuut, Juuut, Juuut! Juuut! Naja, und ich spare jetzt erstmal auf, ää, ja... vieles Teueres, heh. Ja, der Nick answers noch eine rohende Lüfte der Weizen soweit sein. Der kleine Pär, der... Der kleine Pär. 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 Der kleine 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 Pär. Pär. Der kleine Pär. 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 Der kleine Pär. 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 Alter, der kann so ne Haufen gerade Aber funktioniert, merkst du Alter Der kann da ein Stück vorfahren, sonst nicht Ja, fahr mal vor ein Stück Jo, recht Wo die, wo die, wo die, wo die, was Und was macht Dani, der alte Sack? Genau, kein Gesang Schlafen? Zu leistung Haben wir ein Stück nach hinten weiter? Ganz ankommen Ja, ja, ich bin schon entdeckt So, und Raps, Getreidespeicher Den haben wir Wenn ich ihn da verliebt, wenn ich bei deinem Silo 2 Fährst du die Falschrichtung, ne? Okay, du kannst doch, du kannst auch unten links lang fahren Ja, ja, fahr einfach, äh, den Weg links entlang Mal außen dann links Also, Getreidespeicher ist eigentlich ganz unten Es war noch was zum Beispiel das Gemüselager Du wolltest So, ich werde denn jetzt erstmal gucken, dass ich dein Feld aberdern kann Was ich irgendwie nicht wachsen will Wuhu Das ist dann nicht komplett fertig, oder? Es ist dann schon komplett fertig Ich weiß das, wenn ich komplett fertig bin Oder war das schon komplett fertig? Na dad Was ist dann immer noch was zu machen? Nein Wer hast du es falsch ausgesprochen mit vollPosten? es wäre ich spreche auf deutsch aus klar war das auf deutsch das ist jetzt genauso wie es eigentlich heißt wo es gedeutscht tut mir leid dass wir so viel kanal drin haben ja sorry dass sie jetzt gerade jetzt vielleicht störtlich bei der deutschland frei aber die leute oder doch einstellt oder den einstellungen der partieinstellung ich weiß nicht ob du das jemals schon geändert hast dann sollte es glaube ich nicht eingestellt sein dass man nach der ein einfach so noch kurz auf das ist aber nicht nur ein anscheinend strobe nämlich doch anscheinend herrschel so wie ich das also während du da abkippen bist alles werde ich mich schon mal um deinen links hier kümmern und empfältchen weil du was hast weil ich das ich höre ich laut und deutlich aus jetzt nicht jetzt höre ich extrem leise jetzt wieder vielleicht noch ganz gut dass man dich ein bisschen leiser hört weil so oft wie du wirst du wirst du wirst du wirst wie wir ich gesagt Wie viel hast du gekriegt? Dute Frage, weiss ich nicht. Ich hab jetzt... Nein, nur 40.000, da gibt's. Ich hab 26.000, 27.000 pro Fuhr gekriegt. Prospekt. Ah, Falsch. Eiskalt, sagst du? Eiskalt, sagst du? Oh, riech eiskalt? So, Bottler-Gaubelschaft kalt, weiss ich? Oh, riech nicht gut. Alter. Ich hätte sich die Triefer nicht zu geben, wie er noch mal zu klettern. So, jetzt darfst du noch mal drei Hänger wegfahren. Hmhmhmhm. So, Fette bestimmt die werden voll, die drei. Könnte durchaus möglich sein, dass sie voll werden. Ein Wetter noch nicht. Wenn wir sehen. Auf jeden Fall wird's schon abgeerntet und die Streifen ist auch schon gezogen. Ja. 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 Was kommt bei uns nicht der Telly aus? Vielen Dank. 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 Ja. Vielen Dank. Ja. 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 Und jetzt so. So, Rapskrieg. Getreidespeicher geht jetzt runter. Bäckerei geht gerade hoch. Mit Vardelle. Raps. Hast du nur Raps? Ja, na klar. Zwei Hänger Raps, ein Hänger Weizen. Echt? Also fragt die jetzt am besten zur Bäckerei. Bei der Bäckerei kriegt nämlich auch mehr für den Weizen. Das lohnt sich. Die ist da oben. Steigern. Die dabei war auf Hänger und schlaue. Man mag es so, wie es nun. Und so ist das. Versteigern wir uns einfach. Ab Hänger. Komm. Komm. Ok, 3 Hänger sind für den Traktor doch schon sehr grenzwertig. Was, für deinen? Mhm. Haha, kannst du sehen. Ich glaube ich habe eine Beinabnahme gefunden. Ach, ist die Beinmaschine. Ist das eine Schlimme gegenüber deiner Stapel, oder? Nö. Woher nehmen wir denn diese runter, wie ich sie brauche? Es ist alles besser. Mach mehr oder, wie es wäre, mitspan MD, S혼ige stattdessen, da, wie du ein dried- дисpYANkolliert dir auslStar. Sore so einbonesوں und fluffig um wendekommst du sch kritisch. Sore so ein interessanter wird trivial. Sore so, wie wir das musst. Sore so den loaded aufreut genommen und hinwenden, so beschädigungs tet festival b Akum zu schnappenst mint Kreuz. Sore so rum. Sore aufb chat. Sore so gut zusammen. Sore so gut zusammen. Das ist aber lieb von dir, Perl. Na du, wenn ich hier streamt, ist das normal. Da redest du, da bin ich nur ein soziales Schwein. Was, ein asoziales Schwein? Ja. Was, du kannst, kann ich nicht. Ja, hallo. Bei 20 Tage bei den Klassensialen ist das nicht mehr normal. Hallo, 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 hallo. Gut, normal bin ich auch nicht. PS wird heutzutage schon. Das wäre ja. Das wäre ja. Ach, das ist eh gut, glaube ich. Ach, setz dich hin, mein Junge. So. Manni gekommen? Ja. Wer ist das, glaube ich, bei 131.000? Das liegt bei 96.000. Okay. Deine erste Ladung hat auch schon fertig gemacht für deine Beine. Das ist geil. Ja, ab und zu kann er auch mal mit sein. Ja, das war genau zwei Ladungen. Zwei Ladungen, das ist ein Feld raus. Und ein Lüber, glaube ich. Ja. Läuft. Das war's. Na gut, ich wechsle dann mal den Chat, ja? Jo, alles gut. Bis dann, ciao, ciao. Ciao. So, jetzt kann ich fragen, wer war das? Das ist ein Peer gewesen. Das ist ein Kumpel von mir. Ach so. Ich hab ja mal die ganze Peter verstanden. Nein, Peer. Peer. So, bist du schon wieder zurück, ich mach mal. Ja klar, ich bin schon wieder beim Hänger abstellen. Sehr schön. Man, Patrick, du lernst. Ach so, der Ding steht übrigens, ne? Ich muss schnell die Hänger abstellen und dann geht's los. Ich bin schon wieder alles reif. Würdest du mich verkackern, Jan? Ja, sag ich ja, deswegen, ich brauch einen neuen. Ich brauch einen zweiten. Deswegen, ich brauch einen zweiten. Ich komm einfach nicht mal hinterher mit allem. Wie viel Geld hast du jetzt? Ich brauch einen größeren. Ich will noch ein bisschen sparen. Nein, ich bin jetzt zusammen. Hätten wir 220.000. 220? Ja, zusammen. Ich will ein bisschen sparen. Jetzt hat er gesagt, hol dir doch den TC5.90. Von New Holland. Nein, ich will mir ein bisschen. Ne, ne. Weil der ist ja noch schlechter als für den, den ich jetzt habe. Echt? Weil den, den ich jetzt habe, der kostet 285.000. Für die Töcke ich nicht. Mit seiner 10.570. Ja, ich sehe gerade. Oder holst du denn am Ende den CR 10.90 für 430.000? Genau den wollte ich mir eigentlich holen. Der hat einen Fassungsvermögen von 40.500 Liter. Das ist schon, yo. Deswegen, genau auf den spare ich ja gerade. Deswegen, die Hälfte haben wir ja schon. Ach, jetzt regnet das auch noch. Ich muss auch noch gucken. Ich muss auch noch gucken. Das Streitwerk. Das kostet auch noch ein bisschen was. Das Streitwerk ist nämlich 90. CR 10.90 war das, oder? Hm. Das müsste so ziemlich das letzte sein. Das ist so ziemlich auch das letzte. Mit so einem wunderschönen 13,7 Meter Stopp Banglater. Yeah. Und das, was ich gerade habe, ist 10,5 Meter. Macht aber komischerweise auch keinen großen Unterschied. Das ist richtig. Aber vom Preis ja schon. Hehehe. Das Ding kostet fast 75.000. So, jetzt kannst du mir jetzt wirklich richtig, der hat mich geheißen. Wer hat denn die Sachmaschine so behindert denn gestellt? Eke. Warum tust du diese? Weil ich den hier tankt habe. So, jetzt regnet es gerade. Das ist gerade sehr schön. So. Kannst du mal gucken, ob dir das so gefällt, wie ich die Beine platziert habe? Ich habe schon gesehen, ja. Passt eigentlich so. So, muss da das Heu hier zusammen kramen? Dann steile ich dir da welche hin. Weißt du immer ein paar? Alter Finne. Ich bin ja da näher. Was denn, alter Finne? Das ist schon wieder so viel Heu. Was ist so viel Heu? Das ist schon wieder so viel Heu. Was ist so viel Heu? Na, Heu halt. Viel. Ballen. Achso, ballen, meinst du hier bei dir jetzt auf dem Platz, oder was? Na, hinten auf der Wiese. Ja, ja. Das sind ein paar, ja. Müssen wir nur noch schnell wickeln. Das würde ich jetzt schnell machen. Ne, wickeln will ich dir ja auch nicht. Achso, ich dachte, dass wir jetzt verkaufen. Ja, ja. Aber nicht gewickelt. Ungewickelt, oder? Ungewickelt, ja. Bringt ihr das selbe, oder wer? Der bringt das selbe. Warum wickeln wir die die ganze Zeit? Ja, das hat mich auch gefragt. Bis ich dabei geguckt habe, was so ein einzelner, äh, ungewickelt, ehrlich gesagt, genauso viel wie ihr wickelt. Und wie können wir die die ganze Zeit? Ich hab keine Ahnung. Oh, 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 oh. Ah, wir sind ja auch voll die Tournee. Ist ja nicht schlimm, wenn es regnet, oder? Nö. Aber meinst du jetzt wegen der Strohbeine? Ach, pff. So krass ist es in das Spiel denn nun doch nicht. Hä, das tut er nicht. Nur ein paar hast du ja wenigstens schon mal zu stehen. Jetzt möchte ich mal wissen, wenn ich das hier rin fahre. Oh, 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 oh. Hm. Dann kannst du aber auch deinen Kronenweg X580 nehmen. Mhm. Dann kannst du ja dann auch deinen Schneidwerk gerade... Bis jetzt hier sehen, wie viel wir gekriegt haben? Eke, äh. Also ich hab 580 gekriegt. 580? Oh, bei. das ist normalerweise 1000 auch was die hälfte wert mehr weil sie nicht gewickelt sind deswegen wahrscheinlich dann lasse ich das mit verkaufen dann nehme ich die hier als futter das war auch nur helfer einstellen soll Äh? Ich stand doch noch ganz fertig mit. Geht doch. Ja, wo lager eigentlich die Kacke jetzt? Verdammt. Kloppig weiß wo. Uah! Bremsen. Koffer funktioniert so, ich denke. Muss der von nach oben stehen. Na ja, wegen der Kante hier oben. Ach, das wird schon. Denk ich mal. Wo so hoch ist der endlich? Naaaaaah. Zeig mir fast wieder. Er steht nicht gerade. Warten. Natürlich steht er gerade. Steht da gerade. Wollen wir lassen da noch ein paar zu stehen? Auf. 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 Das war's für heute. Was ist denn jetzt so? Den verkaufen, den einzelnen Ballen. Kapuscard, ihr guckt wie viel das jetzt eigentlich wären. Und wie viel hast du für den einzelnen gekriegt? 518. 518. Einmal. Normalerweise kriegst du ja 1000... ...noch irgendwas. Also dadurch, dass es gespalten ist, die Summe zwischen uns beide... ...dann müssen wir 1000 machen. BVB. Arbeit erfolgreich beendet. Ja. Sehr schön. Jetzt fertig. Suck, Alter. Kannst du keinem erzählen, Alter. Kein... Ha! Eine Maschine, Alter. Ist schon etwas normaler. Kommt mit drei Filtern nicht gescheiter. Ja. Hast du, hast du die hier schon gedüngt, die Wiese hier vor? Äh, den Acker? Äh, den, äh, Gerster? Weizen? Die 19, genau. Nein. Dann lasse ich da jetzt die. Aber die ist noch gedüngt. Ach, die ist noch gedüngt. Okay. Dann schmeiße ich hier den Dünger wieder rein. Achtet. Ja. Dünger und Ding. Tja, dann habe ich jetzt alles. Diese Masa-Togen? Hast du deine Dings? Perfekt. Ich kann loslegen. Hast du alles? Ich hab jetzt alles, ja. Nur noch die Tiere, dann kaufen. Wie viel hast du noch, Neil? Äh, 73.000. Also reicht. Ich fang sowieso erst auf 5 Kühe an. Das ist doch richtig gut. Nehm doch deinen Hänger gleich mit. Ne, ich muss ja den anderen Hänger erst machen. Den Strohhänger. Ach nee, Quatsch. Ich brauch ja noch was. Das ist doch blödsinn. Ich brauch ja noch einen Aufnahmehänger. Was brauchst du für den Hänger? Einen Aufnahmehänger, äh, einen Ladewagen. Besser ich sage. Wieso ein Ladewagen? Na, ich muss ja irgendwie noch, ähm, Gras-Silage machen. Also häxeln will gut, Gras-Silage kannst du auch so machen. Brauchst du nicht zwangsläufig einen Häxler für? Was brauchst du dafür? Einen ganz normalen Ladewagen. Ladewagen? Warte, verstehst du deinen Ladewagen, Alter? Weil die Dinge heißen echt Ladewagen? Ach, da? Ja, sehe ich gerade. Kann Gras-Heu, oder? Er kann auch mit Häxelgut befüllt werden. Das weiß ich nicht. Aber den hole ich mir dann später. Ich mach das jetzt erstmal nur mit Heu und Strohh, das müsste reichen. Ladewagen, sammle Gras, Heu oder Strohh, ey. Der kann auch mit Häxelgut befüllt werden. Da ist dann auch mit Häxelgut. Du kannst die Haube nehmen. Du kannst die Haube nehmen. Du kannst die Haube nehmen, du kannst die Haube nehmen. Du kannst die Haube nehmen. Ach, dann willst du denn erstmal alle drin machen damit du denn die Silage bearbeiten kannst ja was. Esser, ich bin mit deinem Bege. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Warum sprudelt die immer, alter? So, Controller erstmal wieder anstöpseln Ich muss mein Ladekabel erstmal suchen Musst du denn das, was du hier gerollt hast, musst du dann alles zerhäckseln und dann den Ladekabel drin machen, oder was? Nee, den brauchst du noch nicht mal rollen Du brauchst einfach nur schneiden und rüberfahren Der hat eine eigene Aufnahme unten dran, der Ladewagen Ah, ich seh schon Dann brauchst du einfach nur sozusagen den Gras und Heu schneiden und dann machst du den einfach hin, oder was? Richtig Wer ist aber rüber? Mehr ist er nicht Okay Dann lädst du es ab und verarbeitest du zu Silage? Richtig Und dann kannst du dein Kühl zu fressen nehmen? Richtig Mehr ist er schon im Prinzip ja nicht Aber, ich glaube Was muss ich denn? Brauchst du denn für den Ladewagen? Der lag ich, ein Stück normaler, kleiner Ladewagen Naja, der kleinste von allen, der kostet 31.000 mit 21.000 Liter Ja Und danach kostet 68.000 mit 34.000 Liter glatt Man kann es natürlich auch ja, die hat drei Minuten an einem Rest zu Hause und 50.000 Liter Oh, nee Aber ich denke mal, so viel brauchst du dich Nee Wie gesagt, jetzt sind plus fünf Kühe, so, die brauchen nicht viel Na, du brauchst du schon Ich werde das erst mal den Läger hier wegbringen Ja, genau das habe ich mir fast gedacht, scheiße Was denn? Ich brauche noch eine Gabel Also irgendwas, womit ich was aufladen kann Hast du Knie mit mir? Doch, doch Kommt an Das bräuchst du eigentlich gar nicht drin hier, Alter Und hier doch einfach ein Ding, soll doch einfach Äh, hier Ein Teleskoplader oder ein Kompaktlader und dann noch eine Gabel vorne ran Ja Oder ein Radlader Das wird's wahrscheinlich auch sein jetzt, ne So, der Kompaktlader Wenn du weg von den rein nimmst, ist das egal Beingabel Da ist er Welche Beingabel nimmst du? Ja, der ist normal eine Beingabel Die 3-Punkt Huh Oh Gott Da wird's eigentlich 3-Punkt Oh Gott Was ist das denn? Was ist das denn? Ach как schön Was ist das denn so? Das ist das Kuklau so hoch hast? Meh Ja, das ist eine Silagegabel, Alter. Alter, ist das Ding lahm am Arschig, ey. So, dann kannst du dich ganz entspannend an deine Kühe kümmern und ich sehe zu, dass ich auf jeden Fall noch ein Kriegs, der nächste lederische ist das Ziel erstmal. Ansonsten bräuchte ich ja nicht erst weitermachen. Ich muss produzieren, 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 produzieren. Production. Genau. Und nachdem ich das dann habe, muss ich mich noch entscheiden. Entweder hole ich mir einen LKW mit einer großen Nadefläche. Oder? Ich schulde wieder zum zweiten Silo. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher. Schwerter gucken. Ich muss gucken gucken. Okay, die Lenkung von dem Ding ist echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Glaube ich dir gerne. So, ich werde auf jeden Fall gleich noch zu tun haben, weil ich muss gleich nämlich wieder für dich Stroh machen, weil ich dann das Feld falsch bestätigte Name ausweise. Was mir? Meinen wohl. Ach Gott. Okay. Ne, wer? Irgendwo der Ding irgendwie was umschubsen. Kannst du dich von oben rein pieken? Kannst du sagen. Genau. Richtig gut. Alter. Steuerung ist ein bisschen komplizierter Detail, oder? Hm. Kannst du gerade sagen, kannst du nicht so rein pieken einfach. Doch hoch. Ist nicht Ordnung, Gibi. Pfff. Juckt mich nicht. Was hast du denn da jetzt gekauft? Ist das ein Häcksler? Nee. Und dann? Das ist der für den Stroh. Wie, was für den Stroh? Na, hängen wir vorne den... Dreckst Ding! So, und dann machen wir zu. Ja, was geht? Dann steig mal aus. Warte. Ja, hab dich. Ich sehe wohl nichts. Hallo? Auskipp. Torphysik? Was funktionierte da sonst immer? Muss mich verarschen gerade? Objekt zu schwer. und da recht ein ball für brauchst du ein paar mehr drei drei stücke Okay, weißt ja auch gar nicht. So ist das, was ich mit dem Boden gemacht habe. Nun, deine Ecke muss ja aus Kuschleern, ne? Mhm. So, mein, der muss schon wieder ausgeladen werden. Mhm. Mhhh! Ich werde mir jetzt ganz entspannt auf die Leute gehen. Ich werde mir ganz entspannt hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, vielleicht haben wir die ändert. Ja. 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 Boden Also der Wagen driftet umher Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, ein Futterhänger. Mischhänger oder so. Eine Futter-Misch-Mass-Maschine. Hm. Hey, willst du mich rollen? Nee, cool. Vielleicht haben wir auch Stapel. Ich weiß es nicht. Alter, jetzt kriegst du auf jeden Fall ein gutes, freie Vorhaben. Geistroh-Vorhaben. Auf geht's, ran geht's. Fall um, blöde Scheiße. Ja, ich glaub, das Game will mich verarschen. Ich glaub, das Game will mich verarschen. Was ist das denn? Tja, wir werden den Heubein hier nicht aufnehmen. Was ist denn das für ein Trick? 10. Nö, partout nicht. Ist das denn ne Verarsche oder will? Nimm einen anderen. Ich hab' keinen anderen. Ich hab' keinen anderen. Das ist ne Ballengabel, deswegen wundert's mich ja gerade. Mit dem anderen Heubein, mein' ich? Bei allen nicht. Ja, bei Grabe funktioniert. Ja, beim Stroh. Aber beim Heu nicht. Was ist das denn? Och, ey, komm. Was ist das denn denn jetzt hier? Ich steck mir mal ne Kippe an, wie recht hier ich die ganzen Dinger mache. Ey, das ist jetzt zum Kotzen. Wo ist das komische Ding hier? Den Ladewagen brauchst du ja nur für Heu, was? Ja, Heu, Stroh und Silage. Kannst du damit einwickeln? Braug' dich einfach zu da einwickeln. Brauch' nicht einwickeln. Ja, einsammeln, Mann. Jo. Aber hier hast du ja noch nicht. Ich mach' jetzt erstmal die Ballen hier. Ist das ein Scheiß. Alter, deine Katze kann man erzählen, oder? Hast du ne Ballenzange hier? Ja. Ja, die ist da irgendwo. Äh, die M320S. Alter. Das kann richtig dauern. Warum? Na ja, ich bin jetzt beim ersten Strich, also noch die erste Strich, oder? Mhm. Seh' noch nicht das Ende und habe schon fünf Ball fertig. Boah, läuft. Also kannst du mit einer Fure pro Strich rechnen. Gottes Willen. Warum will der die nicht aufnehmen? Ist das ein Rotz hier, echt, Mann. Das, 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 das raged mich jetzt grad so'n bisschen ab. Hä, den Gulden, Mann, die ist ne andere Scheiße da. Nicht die Gabel, sondern ne andere Ding. Die Zwinge. Die Zange? Die krieg ich für den nicht. Ja, die Zange. Kriegst du für den nicht? Ach stimmt, der war ja beim Dings gewesen, wa? Äh, der ist mit dem Philiskopelader dabei. Das ist das, wie ich knete jetzt halt. Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! Grüber, grüber! Ich probiere weg. Alter! eine ganze ladung wo strich so dass wir was fast eine ganze ladung der eine ist jetzt ein bald fehlt zwei prozent am gefehlt da willst du bescheiden nach der lager aussieht ach so viel war erst mal genug mit dem gefällt verschwindet allerdings wenn ich jetzt froh ja ja die beiden kannst du zum vorderen und das stroh ja nee das stroh nicht doch klar mischwagen stimmt ja 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 kann man nicht immer zählen jetzt stell dir vor wir hätten das ding hier mit rasen gemacht so ein Hedigard Ja, okay, das sind die Störgeräusche. Das sind sie? Ja, das sind sie. Das ist schon so extrem weit weg, Halter. Oh, bitte keine Sprachnotizen. Das ist weg. Keine Sprachnotizen, bitte. Danke. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Geh. ich hatte das micro kann ich noch so weit wegklappen jetzt bin ich mal gespannt ob das funktioniert ich habe es nicht mehr so weit wegklappen So, er sei das frei. Funktioniert ohne. Ey, ist da zum Kotzen. Drecks geben. Drecks geben. Kannst das irgendwie zuklappen? Ich muss schon probieren. Der nimmt dann aber nicht hoch. Das habe ich noch. Ja. Ey, da leck mich doch. Ey, du lass mal. Ich bereue ja erst ein wenig, dass die Scheiß hier aus, was ich verkackt habe. Ach, Mann. Ich bereue ja erst ein wenig. Hoch. Ich muss schon so weit hier fahren. Das war wieder immer so klar. So. Oh. Oh. So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mir für den kleinen C-Tor einen Frontlader und eine Ballengabel geholt. Und damit schaffst du es jetzt? Das werde ich gleich sehen. Aber ich denke, damit darf das eigentlich gehen. Das ist halt wieder diese typische Grafiklogik. Alter Scheiße. Mein, du dreckst ihn. Was ist denn für eine... Ich werde mich doch gerade richtig verarschen. Hier diese schöne Game. Ich schmeiße gleich aus dem Fenster. Das kann doch nicht sein. Mann. Weg. Jetzt aufwegt mir doch diese schöne Ballengabel. Wie viel hast du da genug? 11.000. Wow. Das ist so viel. Weg mit Zielmöglichen Scheiß kaufen muss. Nur um so einen behinderten Heulballen aufzuladen. Da kriegst du das Placke. Da kriegst du noch Placke. Ja. Ha ha ha. Oh, bitte. Ich hab doch den Petro schon wieder eingeholt. Sehr schön. Ja. Gut, Jummi. Ah, ja. So, jetzt mach ich den Petro schon wieder ein. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann blickt mich am Arsch, dann lass ich's mit Boah, da gibt's nur Stroh und Wasser. Kann's ja später noch mal funktionieren und probieren. Hallo Affe. So, eben bald Regeln machen. Ah, okay. So soll das funktionieren. Und raus von der Frikette. Nein, ich hab mir grad erst mal die Beingabel geholt, um zu gucken, wie das scheiß Ding funktioniert. Werden wir gleich sehen. Alter, wenn du das Feld sehen würdest, Alter. Digger, wir sind schon fünf Ladungen. Und wir haben grad mal die Hälfte geschafft. Bist du mit da? Also ich geh auch an Stroh wird bei dem wirklich nicht mal mehr. Das ist so mies, Alter. Die kann man eigentlich auch einsillagieren und verkaufen. Was? Den Stroh? Nee. Stroh kannst du nicht so lieben? Nee. Stroh ist ja schon trocken. Sillieren kannst du nur Sachen, die Eiweiß enthalten. Okay. Ist einfach mal schon 60 Uhr. Mhm. Rosa. Aber. Es klappt. Ich hörte, du klappt. Es klappt. Ja. Ah, easy. Kannst die anderen Scheiß wieder verkaufen. Nein. Fahr jetzt. Boah. Und das ein Landwirtschaftssimulator. Na bitte. Wir haben einen drin. Na bitte. Fehlen noch zwei. Kannst du den voll holen. Mit Oil. Aber dann fahr ich den jetzt definitiv nicht so weit weg. Oh. 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 Und auch drei Bahnen, Alter. Drei, vier Bahnen, Alter. Pfff. Muss man nachher rüberkommen und gucken, wie es aussieht. Mach ich. Das ist ein Reizhaurer. Das ist ein Reizhaurer. Das ist ein Reizhaurer. Gucken wir mal rein hier. Na. Sieht doch schon mal gut aus. Hm. Das ist nervig auch für zwei. Perfekt. Perfekt. In den nächsten mal. Also wo bist du denn? Feiert die. Ganz hinten, oder? Nee, nicht ganz hinten, ne. Ach hier. Ja, ja, sehe ich schon. Tja... Tja, nice, ne? Nice, Alter Nice ist ne Olle, Alter Im Tangle, Alter, wenn sie vor die Tanzen liegen Das ist nice Das hier, das ist schon Ja, da machst du jetzt schon Ja, da machst du jetzt schon Ja, da... Ruckelt ein bisschen Mit dem Gewicht Oh ja, Nico Du wilder Hengst Du wilder Hengst Du wilder Hengst Ist doch gerade Ist doch zum Glück nicht mehr so viel Zum Glück Na, wenn das jetzt so viele Beine ich hier schon gepresst habe, Alter Hast du jetzt schon Saat abgeheben? Nee Was haben wir kapiert? Schon irgendwie mal... Jut, dann fang ich mal an die Ist alles im Lager drinne Die Scheiße wieder wegzufahren Kannste machen Ja, da sind schon mindestens Zwei Hänger Weizen drinne Und... Ich glaube Zwei Hänger Raps Jut Fahr ich trotzdem bloß mit dem Hänger? Ja, da hast du noch mal Ja, da hast du noch einen Hänger gekauft Oder hast du noch einen Hänger gekauft? Nee, ne? Wir haben nur drei Wir haben nur drei Wir haben nur drei, Jut Ja Ich hab noch kein weitererüber gehofft Weil der eine wird eh nicht benutzt gerade Ja, ja, den benutzt ich ja gerade Nee, ich muss den anderen Einen benutze ich gerade, einen benutzt du und einer steht noch rüber Reicht schon. Hast du wieder dein Handy? Hm? Störer Geräusche. Ah, noch 3 Waren ungefähr. 2-3 haben wir gekommen. Bäckerei. Ach, das sind ja Kinder. Das sind ja Dings. Transportfirma. Fahren wir zur Transportfirma. Hier sind ja noch 3 Waren. Möchtung. Wichtig. 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 Yep. Schusss. Stil, die sind hier. Obwohl ich noch nicht mal weit mache. Ich glaube, das ist dein Billys Smartphone. Bist du noch am Verladen oder bist du schon an der Bohnen? Ich bin schon bei der Transportfirma. Ah, ok. Hast du das jetzt weggebracht? Äh, die Bohnen. Bohnen, das war gut. Ich bring jetzt nämlich noch einen zweiten Container Weizen weg. Ok. Wo kriegst du David? Nein! Nein, ich bring jetzt Weizen zum Silo, wenn ich jetzt. Ach so. Den mittlerweile jetzt schon dritten. Wirklich? Okay. Also dritten, dritten glaube ich. Dritten Hänger. Voll Weizen. So. Oh, ich glaube der Doktor kommt hin. Aber es ist nicht möglich. So. 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 Das war's. 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 Ich rufe gleich in der Firma an. Darfst du nicht sagen? Nö, ich war zuvor, ich wollte halt nur ausschlafen. Ich sage Bescheid, dass ich krank bin und Krankenscheinung kommt. Dass ich krank bin und Krankenscheinung vorbei. Was sagst du? Ja, drei Wektage. So, der Helfer hat erfolgreich beendet. Hui. Weizen, alter Fenner. Ja, ist nicht gerade wenig. Bei der Bäckerei merke ich es schon. Es sind ein paar mehr. Ein paar hat mir fallen. Ein paar halt. Aber ich bin jetzt fertig mit dem Feld. Ehrlich? Ja. Gott. Und jetzt gehe ich rüber zum Linksfeld und da macht er weiter. Er macht das drüben bei ihm. Und dann fällt er weiter. Ich habe hier auf jeden Fall noch einen Hänger mit Weizen. Probier es mal ohne. Ich meine dich jetzt nicht. Ich habe hier hinten steht noch einen Hänger mit Weizen für dich. Auf jeden Fall muss ich dann erstmal gleich los und die Kühe kaufen. Dann kommt die Flachen. Eiyo. Also das ist nicht weiter versteckt. Soll ja auch Geld drin kommen. In der Gasse. Nein. Zeichen, oder? Zahlung von 17.000, yey! Zuck! 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 Ich der Leg den hier schnell vorgemachen, hol mir den zweiten! Wie voll ist denn der dritte? Der dritte? Nicht voll. Das ist mehr als die Hälfte. Ich glaube 3 Viertel oder so. Bin mir heute nicht sicher. Boah, Alter, ich schwöre irgendwann, wenn ich dein Headset sehe, ich... ...wächtest du damit durch? Ich weiß wirklich nicht, was das ist mit deinem Headset, ne? So ein Problem hatte ich ja noch nie. 63% ist er voll. Wo hast du denn den Hänger? Den vollen? Der steht hier hinten. Bei dem Auto dran. Okay. Und ich brauche den Händen. Waaahn, ey! Die Bisse! Ich brauche den Dreckstil hier. Sch! Jawoll, 100%. also ist krank noch so krank schreiben wir das Daniel kann heute nicht Daniel ist krank das wäre so bitter ohne Witz das wäre eine richtige Zerstörung für die wenn jetzt zwei Leute zwei Kassenkräfte die jeweils beide hätten Nachtschicht machen sollen krank wäre das ist doch aber dann nicht euer Problem wenn ihr krank seid seid ihr krank das kann er nicht richtig krank bis jetzt auch nur eh ne Mal eh ne Mal eh das wird morgen geiler live stream ich merke das schon ja alle drei Minuten das ist doch ich bin krank leistet wie nennen wir die kranken Paten da sind das viele Ballen oha wie nennen die leistet wie ein Club was da los treten oder wer das Zeuge der krank ist ja ja na da na da ja wir haben auch rotznasen smiley rotznasen smiley benutzen faschentuch psyche und dann haben wir noch Hepatitis Patrick was hehehe Hepatitis P Hepatitis P Hepatitis P dann kann ich übernehmen ja das ist ja ich kann es nicht krank krank was du ja ja ich überleg gerade meine mutter hat 46 guckt Nein, 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 die ist jetzt noch bei der 7.15 Uhr, meinst du? Nee, jedenfalls zwei für die Personen, die können ja nach meinem Traum ziehen, mit dem roten KW trinken. Wenn du ja um 1 Uhr morgens KW trägst du, ist ja ein Spaß. Na klar. Dann nehmen wir was anderes. Nein, 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 nein. So, gibst du dir Passen? 42, oder 3? 30 lassen wir 3, aber keine 42. Ich weiß gar nicht, was du dich da so hast. Nee, ich bin ja auch. Außer Runden, wo uns halt rauskommt. Soll ich gerade sagen. Ich weiß nicht, was andere dauert nicht mehr. Ich weiß nicht, was andere dauert nicht mehr. Ich glaube, ich bestelle hier Passenkarte an. Was bestellst du dir nur? Alles ist ein Karten. Was für Visitenkarte? Überhaube. Schreib darauf, I am the MILF-Hunter. I am the Pirate. Der nächste Pirate hat sich gleich noch ins Bote mehr. Oder eher ins Tote mehr. Ne, 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 so nicht. Mikro 4 sind wir noch nicht. Noch nicht, hat mir gefallen. Ja, von Mikro 4 zu Mikro 4 ist Mikro 4. Was denn? Ey, ich fand ihn grad gut. Alter, was soll ich hier bloß anfangen, Alter? Ich hab schon zwei Ladungen hinter mir, Alter. Ich steh immer noch. Okay, wo geh ich, dass wir es wieder können. Petra kann auf jeden Fall bloß stromen. Ja. Oh, steht das Auto hier hinten? Ich? Warum tust du das? Weil ich den Platz brauchte. Na ja, Merke. Na ja, Spitzler für Petra, Ekipatitis P. Genau, Nikotinpflaster. Ja, das hat aber lange gedauert. Ja, das hat richtig lange gedauert. Das hat so richtig gemerkt, wie er nachgedacht hat, Alter. Du hast wirklich hier rattern gehört. Ja, ja. Scheiße, zu weit. Also Ton ist ruhig Wasser. Gibt's da weit gefahren? Hä? Das war gestern mit Niko viel besser. Aha. Deine Reaktionzeit vom Goldfisch. Ja. Irgendwie das kam voll komisch, ja, stimmt. Einnahme, Ernte, 4725. Ich weiß nicht mehr was ich gesagt habe, aber ich hab schon mit der Reaktion verkauft. Ist der hässlich drin. Ich sage es noch später. Was? Was ist das denn jetzt für ein Bug, ey? Ja, das ist Bug, unser Fisch. Ach, jetzt. Ich will geh nicht. Was ist denn jetzt für ein Bug, ey? Ja, das ist Bug, unser Fisch. Ach, jetzt. Ich will geh nicht. Warum stellt man hier mitten in der Laderampe so'n Scheiß ab? Laderampe? Scheiß ab? Hä? Ja, deine komische Gabel oder was auch immer das sein soll. Ich zähle jetzt mit rum hier. Ich hab grad drei Teratilstoff und wenn keiner es drüber aufgelufen konnte. Ich hab die andere durchgezogen. Ja, bei dir so. So, das war die beste Frage, wann wollt ihr denn alle hier sein? Ich hab gesagt, so gegen 11? Was? Na nicht. Ah gut, 1 zu 2 klingt ok. Uhr morgens, euer Ernst? Na klar, was denkst du denn? So, früher morgen, Alter. Ich versteh die Frage, ne. Dagegen, gar nicht. Apropos, wozu nieder kommen sie direkt gegen das? Nein. Nein. 1 eingeladen. Ich weiß auch nicht, wie lange die da Serverwartung machen. Für zwei Server? Sorry. Eigentlich schon, wa? Ist schon ein bisschen witzig. Ey, selbst GTA schafft das und die haben... ...mehr Server. Und die haben keine Server. Auch die haben Server. Nein, also nicht. Sonst würden sie die Kader-Haus-Privileidee haben. Oder? Schatz, AFF wie zack bei sie. War richtig, ihr Freely. Oh, Backe. Wenn ich noch laufen kann... Was ist das denn jetzt hier? Nein! Scheiße! Was denn? Was ist denn jetzt hier? Das ist mir egal. Muss Patrick aufröben, es sei jetzt. Du hast jetzt nicht mal in den ganzen Strohbein umgeschmissen, oder? Nein! 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 Heißt ja! Ich habe ein ganz anderes Problem. Ich backe in der Wand fest. Jetzt. Uiuiui! Das hab ich nicht gemacht. Du kommst darauf. Wenn du schon so anfängst. Nein, ich schreibe mich. Ich schreibe mich schon wieder auf, also. Ich schreibe mich noch mit dir. ich schreibe mich noch mit dir. Ich schreibe mich noch mit dir. Was? Sprich Deutsch, Mann! Ich schreibe mich noch mit dir! Erstmal. Los mit dir! Ich bin nicht glücklich, Mann! Du willst einkaufen gehen? Seit die Zina 3 Reiter Ich hab sie nur ein bisschen umgespissen, nicht dolle Vielleicht haben wir auch nicht mehr Ich hab dich schon gesehen Wir brauchen Money, 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 Money Doch, ne, sind wir muss ein paar Ja, das sah schon schlimmer aus Bei mir könnte es ein bisschen länger dauern Muss ich noch Fernseher beschleppen? Ja Warte, 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 wie würdest du es nicht zu gut verschieben? Nein Dann würde ich da wenigstens auch noch zu können Wie würdest du denn da meinen Fernseher noch reinkriegen, nur Scherzgeks? Wir reden von deinen Ja, meinte ich selber Na da, puh, kannst du den tragen, deiner ist noch leichter als meiner Du willst doch so riesen Ding Du willst doch so riesen Ding Ich hab mir rein zufällig zwei Stück hier rumzuschleben Ich hab auch große und klein Ja, ich hab auch große und klein Ich hab mich mal gespannt, was ich nachher umbauen Wie sieht Digger an Wie sieht Digger an Und ich will doch Clubmatikasten Ach, schnell legen wir den Fernseher da rauf Ne, ne, ich kann ja Ich hab ja das noch schnellmöglichkeit Ist ja kein Thema Mann, wie ich das hasse Oh, das ist wieder fast fertig Oh, das ist wieder fast fertig, Juck Oh, der Kacki muss jetzt um hier kommen Da, von hier aus bräuchte ich bloß so ne Bahn Musst du in Waldstraße umsteigen In welchen Kappbootst du denn? Na, Waldstadt Naja Da gibt doch nicht so viel Gast, Junge No, mehr Interesse So Nicolino Was soll's? Die Kühe sind da Ja schön Hört sich immer noch nem Plan an Es sind zwar jetzt erstmal 0,5, aber Ich doch Ich hab grad verstanden, es sind zwar jetzt einfach nur 0,5 Kühe, so 0,5 Liter Kühe, weißt du? Nein, ganz echt. Ach man. Hättest du irgendwann halt welchen Parkhaus du gekürzt hast? Warum? Hättest du nur so. Nein, du kaufst mir keinen Duden. Ach du kacke. 19, warum? So heißt dein Spiel. Mh mh. Mh mh. Mh mh. Mh mh. Für die Werbung ist... ...Bomben, Monster, 3-2-Play. Mh mh. 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 Mhh. Mh. Mh. Ich bin Happy Wochentagszähler. Aha, wirb ich dir das nicht. Wollt ihr von mir an Party einhörner verderben? Boah, Scheiße. So, den Kuss noch so schön. Do you wanna go? Ist das schon fertig? Wo bist du fertig, du Hesel? Aha, ne ganze Reihe, du Spast. Richtiges Esel, könnte ich da nur halbe Arbeit machen, Alter. Sehr widerlich. 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 eher correr. Und zwar genau jetzt. Zuklappen, zuklappen. Den nochmal anschmeißen. Kapitän mal nächstes Jahr müssen wir den nicht stellen. Anschalten. Oh, ist das... Ne, genau, bitte. Alter, es sind auch so viele Ballen hier, ey. Easy. Was hat mit der Stimme schwacht zu tun? Klar, so muss es sein. Aber man kann halt nicht die ganze Zeit über uns selber zocken. Geht halt einfach nicht. Wir alle. Deswegen dachte ich eigentlich, dass Terra endlich funktioniert. Aber eins scheint ja nicht. Ja, einfach ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen dies, wo es ne ist. Ja, morgen werden wir auch wieder ein bisschen WW2 zocken. Mit der Kaki wieder beruhigt ist. Ja, morgen müssen wir sowieso. Morgen können wir ja keinen Franken zum Motorzappen. Ja, morgen müssen wir sowieso. Morgen können wir ja keinen Franken zum Motorzappen. Aber ich glaube, ich muss mir die Scheiße dann aufschwaden. Ich glaube, das geht schneller. Warte. Na hier, der grins euch. Statt zu wenden, gleich aufschwaden und dann im Futterladen rennen. Äh, Futterladen. Mh. Ladewagen. Ladewagen. Mh, Ladewagen. . . ~~ die lustige kür die verbrauchen wir auch dings müssen ja auch kacken sie kann man da wenigstens den die verbrauchen ja auch so jetzt bin ich gespannt ob das funktioniert hier abladen es funktioniert mich am tuffel wer war das denn gewesen für eine stimme die hat sich niemals angehört wie eine milf alter alter sucht jemand frischfleisch es wird sich das erste faszinierer doch wie alt wie ist die bei felsen woher kennst du sie warum hat eine obermieterin von deinem bruder voll lustig die findet sich voll lustig das ist deine chance auf leben mit dem schätzen ist aber so eine sache der hat scheiß kannst du du kannst hoffen ja gut hoffen ganz ich hab auch die größe von dem grüß unserer arbeit die schätze warum nicht viel schätzen die exakte größe wooooow bleibt ja nur die möglichkeit von a bis e f ja gut wie flattern oder f wie oder f wie f f f f f f f f f jetzt das anstellen ich mach doch knacken mach ich halt auf knacken und das krieg ihr rum oder was auf ich bin knacken ein ist dass sie schwellart eine untergepflege auch ja aus passiert sie wurden gebannt ja zumindest stelle also das hat es auf jeden fall rausschneiden das schlimmste ist ich kann es nicht raus das schlimme ist wenn ich mit dem stream fertig bin lädt er das automatisch und ich kann es nicht abbrechen ich kann es erst dann bearbeiten wenn es hochgeladen ist erst fliehen wir niemals mit uns es spielt alles was wir zocken ich hab dieses feld immer noch nicht fertig ja jetzt ist ja eh schon zu spät also können wir gleich weiter machen nein da fangen wir doch gleich mal an meine deutschen und ich mag speinefleisch wir sind einfach deutscher natur sorry die diabetiker ich kenne auch ja der heilige zuckerwürfel mhm hh 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 er hat den heiligen donald er hat gewonnen hat gewonnen nein hat Patrick schon mal den Lager angeguckt? ne noch nicht da hast du so ein bisschen Stroh drin er kommt noch mal zum thema unserer äh was denn aah bleee das hatten wir glaube ich an schule genug so jetzt wollte ich mal gucken wo ich hier die scheißen aah hier und was sagst du zu dem Lager? geil oder ist schon mal ein bisschen Stroh drüber läuft also wasser aah er hat ja anstrengend ja ja ok Mäuschen dann schauen wir mal wie es sich gibt Mäuschen sooo so da geht der Haare waschen hier mal Haare waschen hier mal Haare waschen holt mir den Schnaps holt mir den Schnaps ach man ey so wir müssen jetzt das äh haben viele Menschen alle gucken nach haben ich ja 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 nico und dings Kevin echt was für ein Schnäppel hier ja klar ohne jeden Schlag kann er passen der hat mir noch Benni gegeben so 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 tja ist normal wenn man nichts verträgt ne so 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 aah aah wie gesagt so wie gesagt so wie gesagt so so wie gesagt so das war wirklich schon ziemlich mies oder hier aber das reicht schon zu nicht bitte alter wie hättest du rumreiche Kaminin bitte ah man jetzt wirklich rumreiche Kaminin no 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 wie ne no 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 Soweit muss Nico anfangen, dann fängt der an, der hat Nachtschicht, war 60 Uhr. Wenn er sich da mal gleich auf, ja, der fängt sich da nur, glaub ich an, mit der Woche immer Nachtschicht, der Manager. Ach ja, ach ja, ach ja. 16 Uhr ist noch die Mittelschicht, ja. Ich war nicht um 18 Uhr, er hat 16 Uhr. Ach ja, ich so. Ja, wir haben nur Wochenende der Geschicht. Der kommt ja meistens immer nur so, wie sie so, oder? Ach ja, schau mal. Ruf 11 Uhr an, ich will mithören. Wer war eigentlich die andere Schicht davor? Der Teisich? Ja, der Teisich. Alter. Gehen die alle zu Burger King, oder? Der ist schon seit 10 Jahren da. Der Teisich ist entspitzt, aber nicht so richtig der Name. Jetzt hast du, jetzt hast du ihn verkackt. Jetzt hast du ihn verkackt. Wenn ich Teisich sage, jeder der ihn kennt, weiß sofort, worum ich rede. Ist doch egal. Nur den, der, der ihn nicht kennt. Ist das selbst, hast du ihn verkackt. Jetzt bist du durch. Das ist nur real. Ich kenne mir auch meine wunderschönen langen Haare aus von euch. Ich kenne mir auch deswegen keine Perücke. Na schön, und lang kann mir gefallen. Ja. Ich rede nicht von dir über auf mein Kopf. Naja, wiss ich. Das ist in der Rekka immer wunderschön. Verkaufte Milch, 844 Euro. Ja, bei 8 Kühen. Los. Hast du gerade verkauft, oder wird die immer erst im Monat verkauft? Wird immer. Ende des Tages. Ah, okay. Okay, wenn du ein paar mehr Kühe hast, warum nicht? Ja. Dann kann man natürlich auch ein bisschen mehr Hilfe bringen. Also permanent wird deine Kühe zu tun? Na klar. Okay. So, da hast du wieder auf jeden Fall deine scheiß komischen Heubeln gleich. Das ist jetzt die letzte volle Ladung, die jetzt kommt. Und dann solltest du erst mal genug haben. Was drohen geht. Ah, du hast dir die Silage abgekippt schon. Mit deinem Heu. Heu. Oder Gras. Aber so ist ja noch kein Heu. Bist du jetzt nicht dein Ernst, dass du hier festbackst, Alter? Ja. Hatte ich vorhin auch das Problem. Zack. Und abladen. Ja. Ja, aber du hast jetzt... Eieieieiei. Eiei. Eieiei. Eieiei. Ach so, das ist ordentlich jetzt, was hier unten zu stehen. Das ist gut. da ist eine reihe umgekippt nach vorne weg ach ja passiert vielleicht schaffe ich das die noch eins zu sammeln so nebenbei weil meine ladung wird eh nicht ganz voll warum keine ahnung warum wieso weshalb das richtig zack zack und the last one zack sehr schön so jetzt kann ich den wenigstens wieder lang schicken auf raps fahrt mich jetzt nicht war ich jetzt nicht ich bin dieser wix herr rarschloch doch kleine geburt was machst du hier du wisset bist du behindert du bengel alter hä kannst du nicht mal vernünftig arbeiten ich meine ich nicht ich bin nicht so ein scheiß computer hier hast du schon mal am computer vernünftig arbeiten sehen ja schon ein paar mal was ist denn das hä ich hab ja schon gesagt mal willst du so von mir ich denk sie kann es nicht was hast du hier gehört hä deine mama heute ist mit der ja hast du gerade meine mutter beleidigt oder was sabana nein mach Allah bibi ich küsse deine mutter ich weiß und das nicht auf die blitten im gesicht schieser bimboficker nein bimboficker nein wer weiß mein munker ist mein munker ist genug stehst du auf krustenbraten dann nicht dann lassen wir halt voll suchwert zugeleid rosi so der fühlt sich jetzt er ist er ist ach kiki die pflanzen sich sehr selber fort ist ja fett wer die kühe ja das ist so cute haben sie kalb oder mit ne das steht hier äh nächstes tier in äh wow 419 stunden und 21 minuten das ist doch so schön wenn sie sich da mal fortpflanzen 419 stunden dauert aber ein bisschen ne mhm ein paar tage die die das ist die so dein lager wäre jetzt auf jeden fall fertig seitdem nein warum fällt der schon wieder um das ist ja da ist deine kippen nachrichten oder so weit in die richtung das baum ist ein feck wie geht es dir wirklich wie bekommst du gerade in mein Bett das ist doch geil kommt darauf an auf ein schlipp wir sind gestorben wir sind gestorben naja wer ist denn da geschrieben ja aber aber er ist nicht milf in milf oder was ist denn die sexstellung? abwechslung abwechslung geiles sexstellung die musik immer ausruhen abwechslung guck mal spiegel wie ist die antwort was würdest du mit mir machen wenn die alleine in einem Raum sind das lichter machen ich würde das nicht ausmachen und warum würdest du es auch machen? damit ich deine visage nicht ertragen muss ja BAM oder was würdest du machen wenn wir alleine in einem Raum sind? die Taxi-Geld geben und mich noch aufstecken rutsch der ist hart ja du 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 bist eine Person in deinem Leben? ich selbst ja meine Kinder aber du 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 und diesen text hat mir gerade machen es war so wahrscheinlich beim nächsten weil sie bei mir nicht mehr kriegt habe ich nämlich gesagt dass er bei mir nicht mehr kriegt viel spaß ich dachte du hast das damit nicht so allgemein ja aber aber jetzt das hat sich auch für die pest die das mal Weißt du? Du hast hier jetzt den von vier Ausmaß auf den BNB in Sektions. Nee, nee, richtig. Tschüss, Robin. Hä, wieso? Was so? Jetzt werden wir müssen. Kippt doch. Kippt doch. Kette machen nix. Was machst du jetzt hier? Ich hab doch gerade Kühe gekauft. Nein! Was denn? Dieser Vollidiot, ich hab Kühe ausgewählt und hat mir Schafe aufgeladen. Was ist das für ein Vollidiot? Hätte ich Schafe aufgeladen? Ja, hab Kühe ausgewählt und hat mir Schafe aufgeladen. Nee, ich soll halt die Schafe wegbringen, mein Gott. Ein bisschen Wolle zwischendurch ist auch nicht verkehrt. Ja, die brauchen aber ohne gleiche Fressen. Und weißt du, wo die Schafe sind? Ja, die sind da unten ein bisschen, ich weiß. Ahoi Matrose. Ja, ich weiß ja nicht, wo du hinfährst, aber... Na, ich fahr die jetzt wieder verkaufen. Was denkst du denn? Achso, ja. Ach, gut. Alter, vorbein auf jeden Fall. Ey, wir haben ja kein Nummernschild hier quasi. Nee. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir nicht, wir sind Polen. Einen Scheiß, ey. Ey, deine komische Kühe haben gar keinen Schwanz, oder? Ich hab schon wieder keinen Bock zu arbeiten, oder? Uff, 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 uff. Und das jeden Tag aus Neujahr? Das ist so komisch. Deine Kühe haben gar keinen Schwanz, Alter. Ja, wirklich. Ja, dann brauche ich jetzt wieder Kohle, mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Weniger Fresschen, 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 Fresschen. Wie cool ist. Hier, Medu. Kaufen, 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 kaufen. Nico, ich hab Angst. Wieso, ist das? Ich hab das Gefühl, sie will nicht mehr geweinten. Ich hab die Krankheit. Ich hab die Schriftchen. Ich hab die Schriftchen. Als ob du Angst hast. Ich bau meine Fenster zu und mal meine Rände schwarz. Es ist mein Pogister. Ich fress aus der Klappse aus. Für meine Schweins kommt Maske auf... Raste auf... Und jetzt, Hasche 4, Peter. Geizet! Ich f*** dich trotzdem, Nico, Nico. Ach du, warum? Da kommt die Schwanz zu zeigen. Die kleinen Dinge im Leben. Die kleinen Dinge im Leben. Es fehlt an die kleinen Dinge im Leben. Lass den Schwanz nicht hin, dass auch immer sie reden. Aha. Okay. Hey. Der Kacke. Der Zahnstück. Der hat es so klein. Wenn ich in der Hose hatten will, dann kacke ich mir ein. Was? Scheiße, Alter. Machst du den mal eben lang? Jaja. Warte nur noch, bis der fertig ist hier. Ach, ist er schon. Ja, die drauf geachtet. Hast du gerade nichts zu tun, David? Nö. Was musst du denn erwarten? Auf Geld? Ja. Warten Ja. Ja. Joa. Ja, der Videoantipp Nein, aber ich kenne das gar nicht. Wirklich? Ich beugte zu Schänden, ich weich die Gerichter und der Töne. Für die Blase erreichte ich nicht mal bis zu den Zähnen. Ein Zuhörer. Ich bin ein Zuhörer. Ich bin ein Zuhörer. Ich bin ein Zuhörer. Ich bin ein Zuhörer. Wenn ich nicht in Kampfer euch nur fahre und schnaufe, dann fühlst du es nach, wenn du so auf die Kampfer auskommst. Wenn du mit Kampfer fahrst, dann kannst du dich nicht schocken, wenn du dich nicht schocken kannst. Wenn ich nächstes wissen, dann doch ich picke und ausdrücke. Das ist das Kacke, Alter. Alter, wie viel? Wo ist deine? Wie viel Geld gerade abgezogen hat hier, ist ja Hammer. 6300 hat er abgezogen. Bei mir auch, bei mir gerade mal 2000. Ne, 3000 sogar. Insgesamt 3000, also für dich und für mich. Soll ich ein bisschen Musik anmachen? Nein. Kannst du? Warum denn nicht? Der urheberrechtlich geschützten Inhalt ist das Video gesperrt. Ja. Das stimmt. Kann ich gar nicht verstehen warum. Ganz einfach, weil jeder YouTuber kriegt eine gewisse Anzahl an Urheberrechten. Wahnsinn! Doch, du Esel! Das ist so. Das ist so. Das ist so. Ne, die Standard. Standard Lizenzen. Die kriegst du doch erst alle Sonder-Sonder. Hol die mal eben, hol die auf Musik abschieben. Ne, das sind ja die Urheberrechte. Die Urheberrechte habe ich noch nicht. Ne, dann hol die hier. Die kriegst du. Die kriegst du. Ich kann die haben die. Die, 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 die. Kannst du nicht einfach so kaufen? Die kriegst du von denen. Ja, dann frag mal ob du sie jetzt kriegst. Ne, ne. Die kriegst du halt noch nicht. Ey, ja, Bibi. Gib mal rüber hier. Das war Wachsener. Was ist los mit der, oder? Vielleicht wird der jetzt schnell, äh, ein paar Dankrufe und zwar noch zu mir für die Urheberrechte geben, dann ist gut. Ne, das mach mal. Ja. Das wird schlecht. Ja. Ist klar. Schnell fährt denn die kleine Karte? Zehn. Mal ab, Bruder. Ich ruf gerade auf die Grabe an. Nach mir hier Uhr. Pfff. Ach du Arsch. Der hier muss auch wieder getankt werden, bald. Der Mähdrescher, ja. Ja. Digga, deine Fresse ist ein Mähdrescher. Ach, deine Mähdrescher ist ein Mähdrescher. Also so richtig, zumindest hier Bier aus. Ja. Alperop von Gersten. Ja. Ihr könnt ja richtig gut auf dem Arme. Ja. Du musst doch nicht mal bezahlen. Bei dem, was du da, äh, anbaust und, äh, abbaust, halt mal gewinnen. Ja. Du musst hier einfach nur und jetzt hier 25% anpassen. Ja. Man fahr doch einfach, du Depp. Depp, 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 Johnny Depp. Uff. Ja, ich kann aus fast allen Wörtern einfach anbunden. Ja, du sagst. Jetzt sind wir ja 15 Euro und fertig. Sieht jeder oder nicht? Na. Ich kriege mich um eins noch wie er scheiß. Was sieht das aus? Eigentlich. Naja, ich hab ja nicht den letzten Tag um 1 Uhr geholfen. Ich hab ja meist jeden Tag um 1 Uhr geholfen. Ich hab ja meist jeden Tag um 2 Uhr geholfen. Ich hab ja meist jeden Tag um 2 Uhr geholfen. Wie gesagt, wie ist deine Schicht bis zum 1? Ja. Wie ist denn? Du wirst bis zum 1 Uhr bezahlt, also? Nein, wir haben halt... Wir sind auf die Kosten bezahlt. Das war mir damals völlig egal. Wenn ich ein gemeinses Feierabend habe, ein gemeinses Feierabend derzeit. Ja, ich hab ja jetzt auch gemacht. Ein gemeinses Feierabend, wenn du fällig bist. Dann ist es die Gäste damit zufrieden, dass eine Stunde vor Schild der Länderschein geblieben ist. Und da schnellste Zeit um 23 Uhr da an, kommen die durch Eingang zum Sitzenden für sich. Ja? Also, ich hab ja wieder Kladen da draußen. Das ist eigentlich schlimm, wenn ich über die Stilage hin und herfahre. Nö. Gut. Ziemlich krass und Spaß. Aber irgendwie häng ich jetzt fest. Ich weiß nicht. Na? Da war ja gestern auch so geil, der Weißere. Hab ich die Kaffeemaschine sauer gemacht. Hab ich auch irgendwo Spielbereikigungs-Gang, das heißt da... Na? Ja. Ich merke schon das bei euch das Management echt ein bisschen, ähm, denkt, sie sind hier, ne? Ein paar Bus, ja. Ist traurig. Komm gleich wieder. Soll ich euch mal die Nummer von der Gewerkschaft hier? Das war Mähdrescher-Tank. Das Schlimme ist, soweit die Gewerkschaft, äh, Anruf, läuft doch fast mal draußen. Kann ich mal eingeholen. Na gut, das bei mir war das anders. Äh, ich war Vollzeit eingestellt. Jaa, ich hab... ich müsste jetzt eigentlich morgen, äh, gut... ...hälig, äh, nächstes halte Jahr machen und danach. Ja, ich glaube, die können sie bis zu dreimal verlängern, glüb ich? Ja. Und ab den dritten müssten sie dir denn... Mhm. Na gut, die Entscheidung liegt ja entweder bei dir, entweder willst du da weiter arbeiten oder eben halt bei denen. Ob sie dich weiter einstellen lassen. Ob sie dich weiter wollen halt. Aber die müssen ja vorher die Preise von der Auswechslung der Verlängerung an. Mhm. Wenn man das Alkohol nicht von den Leber ansetzen. Gut. Ja, wie gesagt, mit den Einstellungen die sie da haben, brauchen sie sich keine weitere Mitarbeiter suchen, weil... Ja. Total affig. Ja. 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 Das ist meine Meinung. Naja, Rufschädigungen sind im Endeffekt erst dann, wenn du den Namen Burger King durch den Dreck ziehst. Weißt du? Ja. 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 Ich bin wirklich... Ja. Ja... 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 Ja. Ja, du... Ja... Ja... Doch. Sehr gut. Wo ist eigentlich Jerry, wo bleibt der? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Hey du kleines Humor-Kind, wo bleibst du denn? Sag doch mal Bescheid hier, was ist los mit dir? Haben wir einen Nacken? Ach, ne Boah, ja. Tschüss, wird's halt. Boah, nicht mal ne. Da ist er weg. Würde das eigentlich sein, wenn du das Stroh auch mit der komischen Ladewagen einsam als neber? Ne. Das erlebt leider keinen Sinn. Du wolltest würde noch nicht mal jeden. Nimm da ja nicht auf. Oder? Stroh kannst du wirklich nur, äh... Dingsdruck bei dem Doros machen. Warte mal. Du brauchst ja vor Prinzipio, Ecki, muss nachgucken. Ladewagen? Ladewagen sammelt Gras, Heu oder Stroh ein. Er kann auch mit Häckselgurt befüllt werden. Also ja, die kannst du auch mit Stroh voll machen. Ach, deine Silage, muss die nicht auch irgendwie, ähm, so ein Dings gemacht werden? Ne. Ne, aber mit Stroh war nix. Ne. Doch. Musst du den Fressen? Doch, doch, klar. Neutigen jetzt, hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Ähm. Genau. Äh. Jetzt hier 3D Lager, hier 3D Sprecher wollte ich fahren. Der ist da unten. Äh. Äh. Wir haben grad fassen 7000 Euro. Wir haben grad fassen. Euro an Betriebskosten für Fahrzeuge. Auch nur fassen. Nur fassen. Nur fassen. Nur fassen. Nur fassen. Weilen Never Fassig. ginger, dictator,どllersin. Das war's für heute. 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 Am meisten Kohle bringt Sonnenblumen. Dann brauchen wir einen Feldhächsler. Sonnenblumen. Die bringen Sonnenblumen und Bohnen. Das sind die drei, die sind immer meistens bei 1,4 kategoriert. Und Bohnen halt auch bei was weiß ich was. Aber die Masse allein bringt's ja schon. Das ist genau so scharfe. Ja, die musst du aber selbst verladen. Das ist ein Problem. Und da brauchst du wiederum einen Hänger, Palettengabel und so weiter und so weiter. Pass auf, ich hab jetzt 17.000. Was ist denn, Alter, wo steckst du denn ganzes Geld rein? Hallo, ich steck alles in die Kühe. Schneidwerke. Schneidwerke. Bis. Ja, Güllefüllstand ist bei 0%. Obwohl es da immer wieder was aufsteigt. 1597 steht da mittlerweile schon. Was ist, ist da ein Güllefüllstand? Hier, hinten? Bei mir? Da ist ein Güllefüllstand. Achso. Na ja, wisst du, wie groß ein Güllefüll-Loch da ist? Da passt was drin, du. Sonnenblumen. 1400. Wenn man mal wieder was aufsteigt. Das ist immer so in dem Dreh. Also zwischen 1, 2 und 1400 liegt. Und oben liegen halt zwischen, im besten Fall 1, 8. Und ja, 1, 2. Da hieß ich grad Preise 1, 2, 1, 5, 1, 3, 1, 3, 1, 6. Okay, Raps ist jetzt nicht so doll, das stimmt schon. 1.100, 1.200. Ich versuche einfach nur mit die 1.000 zu spielen die ganze Zeit. Meine Sache ist einfach, ich brauche mir jetzt eine Neuheit irgendwie zu holen. Weil ich braucht das Ding. Ich brauche es einfach. Ob ich mir jetzt den Sonnenblumen hole oder nicht? Ich brauche es einfach. Das ist das Problem. Ich brauche einfach einen zweiten Mähmischer. Und gerade kommt nicht genug Geld rein. Das ist auch mein Problem. Das werde ich wahrscheinlich gleich wieder anfangen zu mähen und ein bisschen Silage machen und alles. Wo ist schon mein Hänger abgeblieben? Welcher? Den habe ich. Damit fahre ich doch die ganze Zeit die Scheiße weg. Achso. Weil irgendwie kommt gerade echt null Money rein, Alter. Gar nichts. Wir haben in der Zeit, wie wir zocken, gerade mal 100.000 verdient. Also ich zumindest. Das macht mit dir zusammen 200.000. Und wie sind das schon? Ich sage und schreibe 4,5 Stunden am Zocken. Ja gut, wir haben auch das entsprechend ziemlich viele Ausgaben heute. Ja okay, das stimmt ja. Das stimmt. Okay, wir haben wenigstens schon mal deine Kühe abgeschlossen. Das war ein großes Ziel gewesen. Mhm. Deine Kühe haben wir schon mal alles. Da geht alles voran jetzt. Milch und hast du nicht gesehen? Pipapo. Funziert eigentlich nur Milch, wa? Mhm. Dann kannst du ja glaube ich auch noch zur Not irgendwann zum Schlachter bringen und sowas sagen. Mhm. Genau. Feige Abübung. Ja, ich versuche eigentlich nur meinen Scheiß hier zu kriegen. Ich weiß gar nicht, wie viel kostet denn diese letzte war meine nochmal? Der war zu so Passa 713. Ich weiß nicht. 713. Und der war für den hier. Ja, das ist gut. Ja, ja. Die Mainz 30 hier, oder? Ja. Nein. Okay, das ist ja so. Fuck. Fuck? Fuck. Da pass ich doch ja nie rein. Wie soll ich da rein passen? Das ist jetzt ein Witz. Oh, warte mal, meine Pizza! 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 Sooo... Ich muss die Motspur-Festmasperten... Oh yeah! Oh yeah! Ich muss die Motspur-Festmasperten... Oh yeah! Ich muss die Motspur-Festmasperten... Oh ja! Ich muss die Motspur-Festmasperten... Ich muss die Motspur-Festmasperten... Ich muss die Motspur-Festmasperten... Ja, das lohnt sich nicht... Ich muss die Motspur-Festmasperten... Sooo... Das eine Feld sieht ja schon mal sehr schön aus... ...wie eine... Das war aber eine Frage... Welches sind das Fahrzeugen... ... die unter der Tacho-Uhr steckt? Immer so eine... 0,4, 0, was weiß ich was... Was bedeutet das eigentlich? In dieser Zeit-Uhr... 3,4... Achso... Das sind die Umdrehungen pro Minute... Das macht praktisch 4.000 Umdrehungen pro Minute... Was? Du doch nie im Auto hier siehst? Digga, willst du mich grad verarschen? Deuer? Digga, verarschen? Ja, man muss doch wissen... ...wozu der Tacho da ist... Beim Tachometer... ...wenn du... ...außerhalb bist... ...nicht in der Kabine drinnen sitzt... ...wenn du die externe Perspektive hast... Achso, das sind die Arbeitsstunden... ...das ist so ein Haar hinter... ...ja... ...dann kann man aber auch immer anders interpretieren... ...ne... ...und sind 0,4 Stunden... ...weißt du, du hast jetzt gerade mal... ...40 Minuten mit dem Ding gearbeitet... ...ja... ...das ist halt so... ...das ist halt so... ...das ist halt so... ...da ist er... ...dann wollte ich noch den Me... ...beilken... ...und den Schrader... ...den... ...meh... ...beilken... ...ja... ...du vollidiot... Scheiße... ...letzter... ...einklamier... ...ey, was denn Kotler geht das... ...das läuft ja genau 26%... ...wenn er die hat... ...warte mal... ...stopp, stopp, 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 stopp... ...letzter... ...und kurz mal gucken... ...kann ich an dem Schrader hinten... ...da was anhängt... ...nee, scheiße... ...mist... ...wär ja auch zu schön... ...um wahr zu sein... ...um wahr zu sein... ...wirklich geht's doch dem Zetter... ...ja... ...bringt man das Stück... ...muss er die ja zusammen... ...zusammenlegen... ...ahhh... ...hmm... ...1300 verkaufte Milch... ...ja, das wird nach und nach... ...immer mehr... ...umso mehr Kühe du hast... ...oder allgemein... ...umso mehr Zeit... ...ja... ...ich glaube es ist 400000... ...langer Weg gewesen... ...kommt darauf an... ...was du machen willst... ...immer noch den großen holen... ...immer noch... ...ja... ...immer noch, ja... ...das kann doch dauern... ...ja... ...mhm... ...mhm... ...und wer hat seine Arbeit... ...erfolgreich abgeschlossen... ...ja... ...wiss ich auch nicht wer... ...das war deiner... ...das war deiner... ...wieso... ...meiner... ...deiner steht rum... ...das für'n Trick... ...ja... ...wollt's er hier weiter... ...meh'n du Penner... ...ja... 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 ...duuuuuu... ... inch keil... ...dudududu... ...dudududu... ...ü... der mag mir mal was zu essen, gell... Okay. Muss ich noch kurz warten. Warum ist der jetzt schon wieder fertig? Was ist denn für eine Scheiße? Wird es denn nicht irgendwie rollen oder so? Meine Mutter plant schon wieder ihren Urlaub. Niko ist am Schnupfen. Ja, ist doch schön. Das ist doch super. Ich habe da wenigstens ein paar schöne ruhige Tage gehabt. Das freut mich doch. Und ja, ich sehe, dass du darauf irgendwie nicht geschminkt bist. Und das sieht auch dezent nicht schlecht aus. Dadurch, dass es dezent geschminkt ist. Ich finde es nicht verkehrt. Ja, ich bin besagt immer einen kleinen Such, die weiß ich ja ganz sicher nicht anders. Und sonst, was machst du jetzt gerade außer Chili-Milli auf dein Zimmer? Ich bin besagt. 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 Das ist toll. Aber ohne mich? Ohhhhh. Ich glaube, es sei für mich. Ahhhhhhhh. Ich bin daارg jede Woche lang sturmfrei. wiederholen party war hast du eigentlich jetzt gerade alle weggebracht also raps hat weggebracht komplett soja habe ich gesagt für die fünf liter die der 55.000 liter die da drin ist und er gesagt nur cd und das war dort zu warten können aber ich war glaube ich noch dritte fragen mich nicht wo der herkam da wird er richtig verstanden habe Da müsste dann bestimmte Sachen drin sein. Was denn? Wo hast du jetzt drinne Weizen? Wird was sagen. Weizen ist drinne, hast du 19.000... Raps, 29.000 Liter Raps, oder? Genau, und 5.000 Liter Bohnen. Oder was? Wann essen wir morgen eigentlich Gilles? Achso, du bist ja Buser, du. Witzig. Keine Ahnung, weiß nicht. Wir haben ja die zwei Möglichkeiten, entweder bestellen... ... oder heil selber kochen. Ich bin so gut. Ja, wir machen sehen. Wer denn wir sehen? Scheinbar morgen denk ich mal später. Kannst du mir mal eventuell den dritten Wagen holen? Wieso, du hast doch den dritten da dran, oder nicht? Eins? Ach nee, zwei. Okay. Enttäuscht. Ja, kann ich sofort machen. Ich muss hier nur noch schnell alles abstöpseln und dann... ... kein Nektar tun. Zack. Wo hast du denn den stehen? Äh, vorne gleich. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Ah, hier. Steht. Witzig. Ja. Ach, du willst den hinten ran haben? Mach es dir doch einfacher. Koppel die zwei hier doch ab und klemm dir den einzelnen an. Ich will die aber alle in rein haben. Oh. Ja, kannst du doch. Und klemmst du den denn da vorne wieder an? Hä? Ach so, du willst ja. Naja. So sparst du dir die Rumyeiere da mit zwei Hänger. Warte mal, stopp mit Soße. Lass es, du willst du. Lass es dir auf. Sagt das nicht. Oh, komm. Du bist du da. Ich glaube das nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Du bist du für verdirbt. Ich bin wahnsinnig. Du bist du die Hänger. Und du willst. Du hast es drei Hänger. Ich bin ja nicht. Du bist der Hänger. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 ... Das war's. Das war's. ... ... Das war's. ... 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 Mein Dings. Mein, 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 Scheiß. Idrischer. Du siehst halt nicht, wer da steht, oder? Nö. Ist aber assig, dass sowas hier angezeigt wird, alter. Du siehst halt nicht. So, weiter geht's. Mann, warum muss die ganze Pissa alles so teuer sein, ey? Du hast es normal gestellt. Wie viel Geld hast du jetzt mittlerweile? 25.000. Ey, Mann. Du hast immer irgendwie 25.000. Ja, ich hab auch normal gestellt, weil leicht ist einfach mal Pussy. Leicht. Ja, leicht ist leicht, genau. Und wenn du zockst, ich muss nur auf normal. Und wenn du auf leicht zockst, kann ich es gleich sein lassen. Du musst halt arbeiten für meins. Du musst arbeiten. Mach ich los. Komm schon, los. Es gibt Gas hier. Das war, wenn ich würde ziehen. Mit normalen Preisen. Deswegen auch normal. Stell dir vor, wir würden doch schwer zocken. Da wären wir schon dran, elendig verreckt, Loic. Aber dann kannst du nur zocken, wenn ihr zu viert seid. Da würden wir mit Schaufel und Hacke noch arbeiten, Loic. Echere antwortet auch nicht mal, ne? Oder hat er? Nee, der ist schon jetzt im Zocken. Äh, wir gehen jetzt ein Kripp an und gucken und den Controller reparieren. Scheiß auf den Controller reparieren, meine, dann soll er sich einen neuen kaufen. Ne, na, ähm, du hast deine Sachen von wegen, dass du gucken gehörst wegen Geld und dann auch das Spiel holen wolltest und dann auch bezappen wolltest, deswegen. So, dann noch kurz weg. So, dann wieder stecken und tiefe Para, l provaieren wir, natürlich noch alle noch So, dann wieder höchوع Ab mit einta an, äm, du hast neke, Söhne Hahn geентиpt oder Mist, So, dann wieder ein Kripp, so entdeaut mit die Tanewas, um challenged mirerausschung messen. So, dann wieder ver wieyn Covid, wenn du auf keinen Ort hast? So, dann wieder arsenal Verkaufst corners. Vielen Dank. 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 Okay. So, was sagen da meine Kühe? It's läuft. Okay. 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 Vielen Dank. 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 Sollen wir noch mal gucken uns an? Aber irgendwie... Wollen die niemanden helfen? Nö, die wollen niemanden helfen. Sollen wir am unseren kleinen Fischen. Sollen wir die Opa fachen? Das war's. Hey, ich habe ihn so leid. Was? Ich verstehe irgendwas mit Konformationen. Bitte reden Sie klar und deutlich in die Sprechmuschel. Bitte klar und deutlich in die Sprechmuschel, Kotzei. So, der ist auch gleich fertig hier mit dem Wohnen. Komm schon, Alter. Und dann wird es halt gleich wieder einen Kredit, Alter. Nehmt ja bald richtig Geld. Ich bin ja schon dabei. Wobei willst du denn bitte? Ja. Was machst du denn? Na, äh, richtig viel Geld. Also... Nicht schon. Lass dich überraschen. Wenn jetzt wenigstens 100.000 rauskommen, dann, äh... Ne, ne, so viel nur wie der Uni. Na, das darfst du ja überraschen, ne? Ach, bräugt er ja nicht, du bist scheiße. Gerne Überraschung. So, der muss jetzt noch einmal umdrehen. Braucht mit anderen Dingen. Ja. Muss ich jetzt zwar mal öfters hin- und herfahren, aber das ist ja erstmal der Nebensicht. Ich weiß nicht. Ja, ich kann's sagen, ich will da neun Stunden mit dem Ding aufm Buckel, ey. Neun Stunden. Neun echte Stunden. Neun Arbeitsstunden. Neun echte Arbeitsstunden. Neun echte Arbeitsstunden. Neun Spaß im Game Stunden. nein ich rede jetzt gerade echt von meinem trecker habe jetzt 9,1 arbeitsstunden naja na doch und ja fast sind ja stimmt sind die echten stunden mit dem träger so jetzt weißt du bescheid wenn bei meinem träger hier unten bei meinem klein 72,7 stunden steht du hast heu und gras bei den schafen gelegt du bist scharfe leute ja ach deswegen das richtige geld richtig oh 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 gott oh money ich brauche money money so jetzt gucken wie die produktivität läuft dass sie da schnellstmöglich was raushauen und dann klappt das auch dann klappt das auch mit den nachbarn du waschmaschinen leben länger mit scharfen wolle alles klar patrick alles gut ich mache du mein best hallo ausgib feiner jung so dann haben wir das dann haben wir das gut ich will wieder zurück eiern die scharfe wo sind sie die schaffe guckst du 1 oh money haben wirklich einen sehr guten preis gerade Da legt doch hoch Ach man Die Sonnenblumen nachfragen Da nochmal so ein bisschen noch ein paar Weizen, ein paar Sonnenblumen, ein paar dies, ein paar die Fels Später wenn ich einen guten Kurs habe, einfach nur einlagern Dann immer mal was auf Lager haben die Möge Das war's. Das war's. Was isst du da? Stolle! Das war's. 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 Das ist aber auch cool, dass mir das jetzt erst auffällt. ich weiß nicht von was du willst wer ist dieser nico kennt man den muss man ihn kennen er ist ein kleiner albaner weiss ich hab's noch ach ja gut hat wollte ich jetzt schafe kaufen nein ich petz ach ja es würde ich auch sehen hat da wieso keines keller was ein deutsch es ist es 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 ist es 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 Da, 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 da! und fällt der Baut Ich habe jetzt einen Bremsen. Ich bin so froh, ich bin der zweite. Ich bin so froh, wenn ich meinen zweiten Ball habe. Ich will das heute noch schaffen, ich will heute noch meinen zweiten haben. Ich bin so froh, ich bin so froh. Ich bin so froh, ich bin so froh, ich bin so froh. Ich bin so froh, ich bin so froh, ich bin so froh, ich bin so froh. Ich bin so froh, ich bin so froh. Ich bin so froh, ich bin so froh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Erzähl ich dein Koma. Du bist halt jötig bei mir gerade. Beeilst dich gerade? Ja, mit dem langsamsten Trecker, den wir haben. Wegen dem Angebot? Für Raps? Wegen Angebot oder what? Wegen Raps. Ich war gerade für 1,300 Transportform und Einhänger habe ich schon weggebracht. Mein Dings ist gerade fertig geworden und da sind auch noch zwei Hänger, die wir gebraucht werden wollen. 1,388. Na los, gib Gas hier. Und der hat zwei Hänger hier, weißt du? Das sind beide fast voll. Das ist der eine, das ist voll, der andere nicht. Und ich hoffe nur, dass der jetzt nicht über 50% geladen hat. Ansonsten bin ich hier so ein bisschen umraschgekoppelt. Und der hat natürlich 93%. Schon hoher ausfahren. Dankeschön. Abladen. Was ist denn am Session? Gibt Stoff! Oh, dann guckt er ewig nicht aus dem Knick. Oh! Oh! Warte! Zwergst du? Warte los, Nico. Nes? Nitov, war schneller, va? Warte, na... Stopp! Oh, hat er doch eingepasst anscheinend. Oder? Der ist voll, ja, ne, 99% hat er jetzt. Das ist mir egal, okay. Dann ist er voll, dann ist er voll, sehr schön. Dann kannst du ihn wegbringen. Transportfirma. Ein Hänger ist schon drinnen. Ein Hänger ist schon drinnen. Ja. Sind jetzt nur noch die zwei hier oder was? Nur noch die zwei, ja. Ansonsten Raps haben wir nichts mehr. Okay. Komplen leer. Ja. Na denn. Oh, juckt der Scheider. Guckst du ab und zu mal bei den Schafen, dass die Produktion da gut läuft? Kann ich tun. Ach nee, der bremst da bei mir. Scheiße. Ja, läuft. Produktion 100%. Fett. Das ist hier in 157 Stunden. 14 Wolle haben wir schon. 16 Wolle. Sauberkeit ist 92%. Wasser ist top. Wasser ist top. Was soll man machen? Bei den Kühen ist die Sauberkeit nur 25%. Die war vorher bei Null. Was soll man machen? Ich hab schon sauber gemacht. Das ist ja das Problem. Naja, umso höher, umso besser oder nicht? Gott sagen. Ja, frag mich mal wie ich die sauber machen soll. Wenn nichts zu sauber machen ist, dann ist ja das Problem. Warte. Vielleicht mal mit Dings wechseln oder was ich was? I don't know. Oder abspritzt mit Wasser? Bis dahin. 3.400 nicht. Fast 3.500. Was? Ich weiß nicht wie die Wolle berechnen. Nein. Wenn wir was sehen. Ich denke mal pro Palette. Würde ich sagen. Irgende. Ich denke die werden pro Palette berechnet. Was sagt das Alibot noch? 1-3-8-8. Ist ja gleich da, glaube ich mal. Ja. So, ich werde jetzt immer wieder die Bohnen abernten. 1-3-2-3-5-M tweet. sehr schön, da werden die Boden abgehandelt so, der Ei hat jetzt hier lang an dem großen Feld oben die kann ich wieder runterbringen es ist natürlich schön, dass deins alles nicht so allzu teuer ist, weißt du? deins bleibt natürlich alt im unter 100er Bereich so, Zug ist los sehr schön bin ich immer gespannt, Alter, jetzt ist es schön, wenn man ordentlich zum Aufkommt ich ziehe aufzählen vielleicht 40.000, wenn ich verkehrt wenn wir beide pro Nase kriegen das wäre ja ein Schild auf dem Feld sein das wäre ja ein Schild auf dem Feld sein Welp. Oh shit. Give me the money. Give me money. Oh shit. 100€ Lohnzahlung. Da wollt bestimmt wieder so billige Mitarbeiter so einen Vorschuss haben. Ich hab kein Geld mehr. Gib mal Vorschuss. 100€. Ich hab ja auch gedacht, dass ich eine 100er war. Hier arbeiten. Ach ja, mach's ja bei uns, verdammt. So nach Art, ja. Was? Jawoll. Insgesamt haben wir 86.000 gekriegt. Fett. Für drei Hänger. Das geht auf jeden Fall klar. Und damit hat jeder von uns 44, nee 43.000 gekriegt. Fette Sache. Das war schön. Das hat grad Judier-Pass. Der hat die Moral wieder gehebt. Kann er sich seinen Mähdrescher leisten. Nee. Noch lange nicht. Ich bin grad mal bei 255.000. Was? Und ich spar schon wie ne Ochse. So ist er grad. Du wusstest ja an der ersten Geschichte. Wenn ich jetzt praktisch, wenn ich jetzt praktisch einen Mähdrescher oder sowas rufe, wird die ja nichts abgezogen, ne? Ähm, das würde nix bringen. Wie viel hast denn du? Ich glaub jetzt 58.000, mal davon abgesehen. Ich weine jetzt aber nur. Dann wird mir nix abgezogen, halt. Aber das würde nix bringen. Weil? Ich a, dass mir das meiste Geld habe von uns beiden, du dir keinen leisten kannst. Ja, das wiss ich ja, das wiss ich ja. Ich will mir aber den Großen holen, wisst du? Ja, wiss ich ja. Und danach müsste ich dann auch eigentlich schon wieder einen neuen Traktor kaufen. Einen stärkeren, nechsten stärkeren. Weil ich will dann wahrscheinlich den kleinsten roten von uns verkaufen. Und den grünen, einen neuen grün holen. Weil du weißt, ich will ja auch die grünen umrüsten. Ja, 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 ja. Weil der nächste Hänger, den ich hole, der ist... Ja, der ist glaub ich zwei, äh... Stufen größer. Mhm. Und ich den holen werde. Das sind nämlich, einmal wenn du auf Kipper gehst... Hast du dann... Für 56.000 ein Kipper. Der kann 45.000 Liter fassen. 56.000... Ach der, der... Ach der, der... Genau. Der THW-30. Ja. Agro-Leiner. Und um den zu ziehen, braucht man schon etwas größeres Kraftpaket. Deswegen will ich auf die grünen umrüsten. Weil mit den roten werde ich da nicht weit kommen. Ja. Dann kann ich die schon mal weiter weg bringen. Ja, und dann muss ich halt auf die grünen umrüsten. Und ein Problem bei den grünen natürlich wieder. Das ist ein Traum. Ist ja nicht so, dass die jetzt nicht sind. Kostet natürlich auch mal 185.000. Oh, warum nicht? Ja, und wie gesagt, meiner, der wird sich noch nach hinten ziehen. Meiner, der wird sich noch irgendwann... 272, auch wenn es schon fast da in der Nähe bin. Können wir schon fast holen. Aber nein. Aber nein. Niko wird sich die letzte Ernte-Maschine nennen. Allerletzte will das ich kennen. Ich könnt's mir auch jetzt schon kaufen. Aber dann würde ich übelst ins Videos gehen. Das will ich eigentlich nicht. Hm. Ich sag immer so, wer das eine will, muss das andere mögen. Und wenn das noch nie willst, dann... Ne, ich bin ein Mensch, der kauft sich das, was er leisten kann. Ja, ist mir schon... Klar. Ich sag immer. Hauptsache, er will 99 Euro haben. Keine 100, nein, er will 99. Ich hab schon. Hörst. Isto. Ich hab mich nicht gedrückt, was er in jedem Fall ist. In jedem Fall ist ein ganzes Spiel. Nein, er hebt noch einen an. Ein bisschen. Okay, ein bisschen mehr. Evd hat seine Arbeit erledigt. Ich tue ja auch nicht. Was ist denn da passiert? Der steht da. Na, der, der, der... Die Sehmaschine? Ja, die hat da oben ein paar Macken. Buggy. Da musst du aufpassen. Naja, die hat da oben ein paar Macken, ich weiß auch nicht warum. Das mich behindert auf jeden Fall. Wollte ich denn jetzt? Ja. Ja. Ich wollte fast nachkommen. Ja. 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 Das ist auch nicht so... Machst du jetzt nochmal Heu? Icke? Ja Nein Was willst du denn machen? Ich mach mir ein bisschen Silage Achso Na klar Was dagegen? Nö, 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 sah aber grad komisch aus Halt Jan 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Du hast dein Handy bei dir, oder? Ja, 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 warte mal kurz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So... Was ist los? Oh... Ähm... Weite... Weite... ... 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